Theodor W. Adorno, Walter Benjamin Briefwechsel Gelesen von Hans Zischler und Martin Wuttke Kommentiert von Henry Lonitz Paris, 9.03.1934 Lieber Herr Wiesengrund, so ausgedehnt das Schweigen war, das das vergangene Jahr zwischen uns gelegt hatte, so denkwürdig und bestimmend die Weise, wie Sie jetzt von Ihrer Seite es aufgehoben haben. Glauben Sie mir, dass ich alles, was Ihre Haltung in den Dingen einschließt, welche Ihr Brief berührt, auf das Prägnanteste empfinde und bewahren werde. Sagen Sie bitte auch Ihrer Tante, wie sehr sie mich durch Ihre erfolgreiche Intervention verpflichtet hat. Ich behalte die Hoffnung, ihr eines Tages selbst danken zu können. Zwischen uns aber wird, so hoffe ich, eine Begegnung nun nicht mehr unbegrenzt auf sich warten lassen. Wenn Sie erscheinen, wäre es eines meiner ernsthaftesten Anliegen, Ihnen einige Aspekte der Bibliothek National zu eröffnen, die niemandem gelegener sein können als Ihnen. In der Tat enthält sie einen der merkwürdigsten Bibliothekssäle der Erde und man arbeitet wie in einer Opernszenerie. Es ist nur zu bedauern, dass um sechs schon geschlossen wird, eine Einrichtung, die noch aus der Zeit stammt, als die Theater um sechs begannen. Es ist wieder Leben in die Passagen gekommen und den schwachen Funken, der nicht lebendiger sein konnte als ich selbst, haben Sie angeblasen. Seit ich wieder ausgehe, bin ich eigentlich den ganzen Tag dort im Arbeitssaal und habe es mir endlich auch in dem schikanösen Reglement einigermaßen wohnlich eingerichtet. Meine Nächte sind kurz, ich schlafe spät ein und wache früh auf. Diese Zeilen bringen Ihnen den Erstling eines Tages, der von den Glocken von Saint-Germain ermuntert und vom Regenfall wieder eingewiegt wurde. Mit sehr herzlichen Grüßen, Ihr Walter Benjamin 9. März 1934 Paris, 6. Arrondissement, Rue du Fours Berlin, 13. März 1934 Lieber Herr Benjamin, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Brief, der mir hierher nachgesandt wurde. Ich bleibe noch über Ostern hier, fahre dann für eine Woche nach Frankfurt und dann nach England, wo allmählich doch eine Universitätschance für mich sich auszukristallisieren scheint. Ich bin sehr glücklich, dass meine Aktion einigen Erfolg hatte. Um Ihrer Fortführung willen, möchte ich Sie Verschiedenes fragen, vor allem, ob das bis jetzt Erfolgte sich in einem Umfang hält, der, wenn es gelingt, ihm einige Regelmäßigkeit zu verleihen, eine Basis abgibt oder ob Sie es für angezeigt halten, dass ich bei denselben Leuten weiteren Druck ausübe. Was, wenn es sich um eine zu bescheidene Leistung handelt, gewiss angebracht und notwendig ist, andernfalls aber nur schaden könnte. Sie werden verstehen, dass ich da in Ihrem Interesse und dem des einzuschlagenen Verfahrens gern deutlich sehen würde. Dann, wie Sie sich zu meiner Anregung eines Dedikationsauftrages zur Passagenarbeit stellen. Es würde sich darum handeln, in diesem Fall den in Paris lebenden Bruder der Dame zu interessieren, die sich diesmal hauptsächlich beteiligte. Er ist ein schwieriger und für Sie nicht einfacher Mensch, ebenso wenig einfach auch für mich, ein verhinderter Intellektueller, der Kaufmann wurde und in seinen praktischen Erfolgen und den Konsequenzen daraus gern sein Ressentiment über das Anderwärtsversäumte auslässt. Aber wenn man ihn richtig zu fassen versteht von außerordentlicher Großzügigkeit und im Ernstfall ein Freund wie wenige, der sich ihres Schicksals in mehr als einer Hinsicht annehmen könnte. Er ist im Augenblick nicht in Paris, schrieb mir aber, dass er bald dorthin zurückkehrt, und ich habe Grund zur Annahme, dass ein relativ günstiger Moment wäre, ihn zu mobilisieren. Dafür wäre aber eben aus den angedeuteten Gründen eine Sache wie jene Widmung außerordentlich gelegen, natürlich nur, wenn er wirklich etwas Ordentliches tut. Jedenfalls verstehen Sie so meine Insistenz in diesem Punkt. Bitte antworten Sie mir recht rasch. Im Übrigen noch hat dies sich ereignet. Ich habe auch den Neffen der betreffenden Dame, der eben hier weilt und selbst nicht reich ist, aber allerhand Verbindungen hat, mobilisiert und er gibt sich große Mühe. Er hat eine Aktion für Sie bei Rowold unternommen, übrigens ohne mich vorher zu fragen. Ich hätte es nicht zugelassen, ohne Sie erst zu fragen. Und einen bescheidenen Erfolg erzielt. Rowold stellt 20 Exemplare des Barockbuches und 20 der Einbahnstraße umsonst zur Verfügung, die man versuchen soll, bei Bekannten und so weiter zu platzieren. Der volle Erlös soll an Sie gehen. Da nun meine hiesigen in Betracht kommenden Bekannten natürlich beide Bücher haben, so wissen Gretel und ich nicht recht, an wen uns wenden. Vielleicht aber ist es Ihnen in Ihrem Pariser Kreis möglich, wenigstens einen Teil unterzubringen. In diesem Fall würde ich Sorge tragen, dass ein Paket umgehend an Sie geschickt wird. Dass ich auch selber hier mich bemühe, versteht Sie von selbst. Haben Sie eigentlich wegen der Berliner Kindheit einen Versuch bei Erich Reis gemacht? Ich kenne einen Mann, der bislang dort Lektor war, ihre Arbeiten sehr gut kennt und Sie sehr schätzt. Er ist zwar nicht mehr direkt dort, ich könnte mir aber denken, dass er dort noch Einfluss hat. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn man ein Exemplar hier zur Verfügung hätte. Allerdings sind generell Verlagschancen eben sehr schlecht. So hat der Verlag Bote und Bock den Verlag meiner Kompositionen abgelehnt, obwohl sie von einer in der gegenwärtigen Musikorganisation sehr maßgeblichen Stelle äußerst empfohlen waren. Man darf also die Aussichten da nicht überschätzen, aber auch nicht vernachlässigen. Übrigens ist der jetzige Leiter von Erich Reis ein großer Zionist vor dem Herrn. Vielleicht könnte da Ihr Freund Gerhard etwas unternehmen. Wie froh ich der Passagenrestauration bin, muss ich, der da die Rolle eines aufbauwilligeren Kato spielte, Ihnen nicht versichern. Ich selber habe viel geschrieben, eine Menge musikalischer Dinge, alle von der Vossischen Zeitung angenommen, aber nur zögernd dort erscheinend. Auch einen Aufsatz über den neu erschienenen Prosa-Band Georgis für das gleiche Blatt, von dem ich hoffe, dass er sie nicht langweilt. In dem Band stehen außerordentliche Dinge, vor allem die Traumprotokolle und die Übertragung eines unerhörten Stückes von Malarmé, das ich nicht kannte. Ich habe auch viele philosophische Aufzeichnungen gemacht, aber nichts davon publiziert. Dagegen scheint der große Aufsatz zur Krise der Musikkritik, den ich letzten Abschluss, zu erscheinen. Den Verlauf der Londoner Reise kann ich noch nicht recht übersehen, hoffe aber doch ganz dringend, dass der Rückweg mich nach Paris bringt. Es sei denn, dass ich gleich zum Beginn des Term drüben bleiben und etwa bei Kassierer in Oxford lesen müsste, eine Aussicht indessen, die mir zu rosig düngt, als dass ich sie ernsthaft fürchtete. Auf jeden Fall wird man mich nun bald zu sehen bekommen, ohne dass ich mir mit der Hoffnung schmeichelte, dass man mich dort durchwegs so aufrichtig erwartet, wie es zu meiner größten Freude bei Ihnen der Fall ist. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Englisch lernen. Die Aneignung einer neuen Sprache durch einen Erwachsenen zählt zu den eigentümlichsten Erfahrungen. Bitte antworten Sie mir sehr bald. In herzlicher Treue, Ihr Teddy. Wir befinden uns hier an der ehemaligen Wirkungsstätte Adornos, im Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, Senckenberg, Anlage 26. Adorno und Benjamin haben sich nach Adornos Erinnerung 1923 kennengelernt, und zwar in Frankfurt. Vermittler war Siegfried Krakauer, der Jugendfreund Adornos, und sie haben sich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal im Café Westend am Opernplatz getroffen. Adorno erinnert sich an diese Diskussion mit dem Satz, wir sind eben damals so zusammengekommen wie Intellektuelle, die am selben Knochen lagten. Danach gibt es wenige Zeugnisse. Intensiviert hat sich die Beziehung 1928, als Adorno häufiger nach Berlin fuhr, erstens um seine spätere Frau Gretel K. Plus zu treffen und in dem intellektuellen Kreis um Bloch, Benjamin, Brecht und Weil sich umzutun. Der Anlass war im Wesentlichen, dass Adornos erster Habilitationsversuch gescheitert ist und er so ein bisschen in die Richtung des Feuilletonisten sich orientieren wollte. Der Briefwechsel wird dann unterbrochen durch den Machtantritt von Hitler. Auf Drängen von Gretel K. Plus verlässt Benjamin am 16. März 1933 Berlin. Adorno bleibt und reist von Frankfurt und seiner Familie nach Berlin zu Gretel und wird dann von der Entlassung betroffen. Adorno war seit 1932 Privatdozent für Philosophie in Frankfurt. An seinem Geburtstag am 11. September 1933 bekam er die Nachricht, dass er entlassen wurde und er wusste nicht so recht, was er nun machen sollte. Er dachte sogar daran, als Privatmusiklehrer sein Dasein zu fristen und hatte einige Pläne, sich umhabilitieren zu lassen, entweder nach Wien oder nach Istanbul. Aus all dem wurde nichts. Er saß deprimiert in Berlin, las viel Hölderlin und schrieb den Text für sein geplantes Singspiel der Schatzes in Jannejo nach dem Roman von Mark Twain. Benjamin ist nach seiner Flucht aus Berlin über Paris für ein knappes halbes Jahr nach Ibiza gegangen und hat sich dann im Herbst 1933 wieder in Paris zu installieren versucht. In dieser Zeit hat ein Kontakt zwischen Adorno und Benjamin im Wesentlichen Gretel K. Plus gehalten. Sie hat auch Benjamin mit den sogenannten kleinen rosa Zetteln über Weisungsscheinen ein bisschen finanziell geholfen und ihre Korrespondenz in der Zeit ist sehr intensiv gewesen. Sie ist es auch gewesen, die Benjamin schriftlich gedrängt hat, sich nun zu dem Singspiel von Adorno, zu dem Text des Singspiels zu äußern. Und das hat Benjamin dann endlich Anfang 1934 auf sich genommen und einen leise kritischen Brief dazu geschrieben. Das war nun für Adorno die Gelegenheit, aus seiner Isolation herauszutreten und seinerseits sich wieder schriftlich an Benjamin zu wenden. Paris, 18.03.1934 Lieber Wiesengrund, ich danke Ihnen herzlich für Ihren wachen, nach allen Seiten so umsichtigen Brief. Er hat mir einen tiefen Atemzug Hoffnung erlaubt und das ist in meiner Lage schon unendlich viel. In dieser Hoffnung schwingt die Aussicht mit, in absehbarer Zeit so vieles zwischen uns Anhängige besprechen zu können. Ich freue mich über Ihre englischen Möglichkeiten, denen wir diese Aussicht verdanken. London, so sagte mir erst vor kurzem jemand, der von dort kam, ist immer noch das Tor der Welt. Wenn einer zu dem Englisch handhaben kann, so stehen ihm dort wahrscheinlich ganz andere Straßen offen als dem, der sich noch so gut in Paris auskennt. Sie werden dort auch schön sehen, von dem ich übrigens nicht allzu viel höre. Dass er die seinigen noch beisammen hat, ist kein schlechtes Zeugnis für die Tragfähigkeit des englischen Bodens. Ich habe Ihnen im letzten Brief für das schleunige hilfreiche Eingreifen Ihrer Freunde gedankt und füge dem, im Sinne Ihrer Anfrage hinzu, dass einige Regelmäßigkeit dieser Hilfeleistung einen Wert hätte, den jene Unbekannten gebenden kaum überschätzen können. Denn sie würde mir wenigstens den Versuch zu planen und vorherzudenken ermöglichen, und vielleicht wirkt in der Existenz, welche ich in den letzten Monaten geführt habe, nichts zerstörender als die völlige Unmöglichkeit, auch nur die bescheidenste Zeitspanne zu übersehen. Die Hoffnung, die die Hand Ihrer Freunde und dann Ihr Brief mir eröffnet hat, führte mich mit einer Intensität, die mich selbst das Maß der ihr vorhergehenden Trostlosigkeit erst erkennen ließ, auf meine Arbeit und nun in der Tat in deren Zentrum zurück. Davon kann ich diesem Brief umso weniger anvertrauen, als wir uns in absehbarer Zeit sehen werden. Ich hoffe, sie dann eines Tages auf meinen Arbeitsplatz in der Bibliothek führen zu können. Was nun die Frage der Widmung angeht, so glaube ich, dass meine folgende Überlegung genau in die ihrige eingreift. Die Durchführung dieser Arbeit wäre in der Tat der Jetztzeit abgerungen, von mir und dem, welcher sie mir ermöglicht. Diese Durchführung würde einen Anachronismus im besseren Sinne darstellen, im besseren, weil er hoffentlich weniger eine Vergangenheit galvanisiert, als eine menschenwürdigere Zukunft vorwegnimmt. Das eben würde die Widmung dieser Arbeit, der ich selber eine Zukunft gebe, zum Ausdruck bringen. Im Übrigen aber nehme ich an, dass die Gestaltung dieses Ausdrucks wie jenes Anteils ihre bestimmte Reform aus der persönlichen Begegnung erhalten werden, die die Zukunft herbeiführen wird, wenn Sie es für richtig halten. Ich freue mich sehr, aus dem, was Sie mir ankündigen, zu entnehmen, dass Ihre Produktion so stetig geblieben ist. Mit welchem Interesse ich auf Ihren Aufsatz über Giorge warte, brauche ich Ihnen nicht weitläufig auseinanderzusetzen. Bitte senden Sie ihn, sobald er vorliegt. Und um das Gleiche bitte ich Sie hinsichtlich Ihres Essays über die Musikkritik. Ich werde mich hier mit dem Manuskript einer großen Anzeige über Comarells Jean-Paul revanchieren, der ein Druck scheinbar nicht beschieden sein soll. Dass unsere Produktionen es schwer haben, dafür ist mir das Schicksal ihrer Musikstücke bei Bote und Bock ein in jeder Hinsicht unwillkommener und überflüssiger Beweis mehr. Aber sind wir nicht auf apokryfe Wirksamkeit eingerichtet? In solchem Sinne habe ich, wie Sie wissen, auf das verlegerische Schicksal meiner Sachen gern gedeutet, ob es sich um die verbrannte Auflage meiner Dissertation handelt oder um den Rowoltschen Vorschlag, von dem Sie mir schreiben. Ich erkenne das gleiche Gesetz und würde in diesem Sinne sehr gern die Hälfte der je 20 Exemplare hier entgegennehmen. Sie erwähnen Erich Reis. Wie die Möglichkeiten dort liegen, weiß ich nicht zu beurteilen. Ein Manuskript der Berliner Kindheit stände jedenfalls zur Verfügung. Hermann Hesse hat mir über das Buch in sehr schöner, einsichtiger Weise geschrieben. Freilich auch in melancholischer. Sein eigener Wirkungskreis hat sich verengt und dann scheint sein Augenleiden sich nicht gebessert zu haben. Sie schreiben mir doch noch, bevor Sie nach Frankfurt gehen und ich erfahre Ihren Pariser Termin, sobald er feststeht. Sehr herzliche Grüße, Ihr Walter Benjamin 18. März 1934 Paris, 6. Arrondissement, Rue du Four, Palais Hotel Man muss hinzufügen, dass Adorno Anfang 1934, nachdem Gretel ihm die schwierige finanzielle Situation Benjamins deutlich gemacht hatte, einen Hilfeversuch unternahm, der folgendermaßen aussah. Else Herzberger aus dem Saarland Familie Herzberger war Kompagnon der Eltern von Gretel in Berlin. Ihr Bruder Alphans Herzberger und der Neffe von ihr Arnold Levy wurden mobilisiert. Hinzu kam, dass Adornas Tante einen Teil dazu beitrug, sodass Benjamin eine ganze Weile im Monat 450 französische Fonds erhielt. Das war möglich, weil Else Herzberger im Saarland domizilierte. Von dort aus waren Überweisungen ins Ausland noch möglich. Eine große Rolle für Benjamin hat natürlich gespielt, dass in den Jahren zwischen 1932 und 1934 schon in Deutschland die Publikationsmöglichkeiten immer geringer geworden sind. Und da er als Publizist davon leben musste, verschärfte sich diese finanzielle Notsituation zu Beginn der Emigration erheblich. Die einzige Stelle, bei der er noch in einigem Umfang Manuskripte einreichen konnte, war die Zeitschrift für Sozialforschung, das Organ des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, das auch emigriert war. Die stabilisierende Funktion des Instituts war nicht nur, dass Benjamin publizieren konnte, sondern auch, dass er neben den Honoraren für seine Arbeiten ein regelmäßiges monatliches Stipendium bekam, das zunächst nicht sehr hoch war, aber in den folgenden Jahren immer Anstieg und im Wesentlichen Benjamins Existenz sicherte. Und Adorno war es, der sich sehr stark für Benjamin bei Horkheimer eingesetzt hat. Und ein nicht geringer Teil der Korrespondenz behandelt genau diese Fragen, wie Benjamin, beziehungsweise wie Benjamins Arbeit vom Institut aus unterstützt werden könnte. Das führte auch dazu, dass Adorno selber in engeren Kontakt wieder mit dem Institut und mit Horkheimer geriet und im Wesentlichen doch auch dabei für sich und Benjamin gemeinsam gesprochen hat. Man sollte vielleicht sagen, weil Horkheimer sonst immer etwas im Hintergrund steht, dass es viele Äußerungen von ihm gibt, indem er ausdrücklich sagt, dass er von Benjamins geistiger Kraft ungemein angetan war und seine Sachen im Wesentlichen sehr lobt. Das hat für beide, für Benjamin wie Adorno, eine sehr stabilisierende Funktion gehabt, dass sozusagen mit Horkheimer im Hintergrund die Begegnungen von ihnen dann ab 1936 finanziell möglich wurden, Diskussionen zwischen Benjamin und Adorno in Paris, die immer als Arbeitstreffen auch gedacht waren und doch ein Moment der stetigen Diskussion zwischen ihnen, was die Hauptprojekte, die sie beide betrieben, anlangt war. Oscar Wiesengrund, der Vater Adornos, hat seine Beziehung in England spielen lassen. Aus seiner Familie gab es dort die Wingfields, die ja seit Jahrzehnten als Fabrikanten dort tätig waren und einer der Wingfields hat in Oxford studiert. So hat der Vater von Adorno dafür gesorgt, dass Adorno nach Oxford gehen konnte. Nicht als Professor, sondern als Advanced Student und er sollte dort noch eine neue Habilitation schreiben. In den Semesterferien kehrte Adorno regelmäßig nach Deutschland zurück und erst im Frühjahr 1937, als er das letzte Mal in Frankfurt war, entschloss er sich nicht zurückzukehren. Oxford Merton College, 6. November 1934. Lieber Herr Benjamin, haben Sie den schönsten Dank für Ihren Brief. Mein langes Schweigen ist in keinem Zusammenhang mit Anforderungen der Assimilierung, die mir hier freilich aufs Unnachsichtigste begegnen, und ein Zustand von Schweigen zwischen uns kann keinesfalls von Dauer sein. So antworte ich Ihnen sogleich. Was mich so lange zum Schweigen brachte, wissen Sie seit dem Besuch Gretels. Dieser Besuch, sowohl wie Andeutungen Ihres Briefes, haben die Schwierigkeiten weggeräumt. Sie lagen durchaus im Bereich unserer Arbeit. Ich konnte die schwersten Bedenken gegen einige ihrer Publikationen – zum ersten Mal wohl, seit wir verbunden sind – nicht unterdrücken. Nämlich die Arbeit über den französischen Roman und den Comarell-Aufsatz, der mich gar auch in der Privatsphäre ungemein verletzte, nachdem dieser Autor geäußert hatte, Männer wie mich solle man an die Wand stellen. Mehr bedarf es dann nicht zur Erläuterung. Doch waren die strittigen Dinge einmal zu eingreifend und in jedem Betracht heikel, um die briefliche Erörterung zuzulassen, gar während ihres Kopenhagen-Aufenthaltes. Andererseits fühlte ich selber auch während des Vierteljahres in London mich weit ab von jener Freiheit und Sicherheit, die eine solche Diskussion vorausgesetzt hätte. So schwieg ich denn in Erwartung dessen, dass einer käme und mich mitnehme, als welcher dann ihr Brief erschien. Er tut es umso mehr, je weiter er von anderem sich distanziert. Ich hoffe, mich keines unbilligen Eingriffs schuldig zu machen, wenn ich gestehe, dass der ganze strittige Komplex mit der Figur Brechts zusammenhängt und dem Kredit, den sie diesem einräumten, und dass er damit auch Prinzipienfragen der materialistischen Dialektik betrifft, wie den Begriff des Gebrauchswertes, dem ich die zentrale Stellung heute so wenig wie zuvor zubilligen kann. Irre ich mich nicht, so haben sie von diesen Dingen sich losgesagt, und es scheint mir das wichtigste Anliegen, dass ich bei dieser Aktion sie meines vollsten Anteils versichere, ohne befürchten zu müssen, dass sie darin einen Ausdruck von Konformismus und Reservatsinstinkten finden werden. Was sie vom Abschluss der Essayperiode sagen und vor allem von der endlichen Inangriffnahme der Passagen, ist in der Tat die froheste Botschaft, die ich von ihnen seit vielen Jahren vernommen habe. Sie wissen, dass ich in dieser Arbeit wahrhaft das uns aufgegebene Stück Prima Philosophia sehe, und nichts wünsche ich mehr, als dass sie der Ausführung nun, nach der langen und schmerzlichen Stauung, so mächtig sind, wie der ungeheure Gegenstand es notwendig macht. Und wenn ich dieser Arbeit einiges an Hoffnungen mit auf den Weg geben darf, ohne dass sie es als Unbescheidenheit nehmen, so wäre es dies, dass einmal die Arbeit ohne Rücksicht alles an theologischem Gehalt und an Wörtlichkeit in den extremsten Thesen realisiere, was in ihr angelegt war, ohne Rücksicht nämlich auf die Einwände jenes prächtischen Atheismus, den als inverse Theologie uns vielleicht einmal zu retten ansteht, aber keinesfalls zu rezipieren. Dann, dass sie der äußerlichen Kommunikation mit der gesellschaftlichen Theorie zugunsten ihres Vorsatzes sich sehr enthalte. Denn es will mir scheinen, dass hier, wo es nun wirklich ums Allerentscheidendste und Ernsteste geht, einmal ganz und voll ausgesprochen werden muss und die volle kategoriale Tiefe erreicht, ohne dass die Theologie ausgespart wäre. Dann aber glaube ich auch, dass wir in dieser entscheidenden Schicht der marxistischen Theorie umso mehr helfen, je weniger wir sie äußerlich uns unterwerfend aneignen. Dass hier das Ästhetische unvergleichlich viel tiefer in die Wirklichkeit revolutionär wird eingreifen als die Klassentheorie, als Deus ex machina. Es scheint mir demnach unumgänglich, dass gerade die entlegensten Motive, dass immer das Gleiche und das von der Hölle ungemindert in Kraft gesetzt werden und zugleich, dass der Begriff des dialektischen Bildes in voller Luzidität exponiert wird. Dass jeder Satz darin mit politischem Dynamit geladen ist und sein muss, weiß keiner besser als ich. Aber je tiefer es in die Versenkung getragen wird, umso mehr wird es mitreißen. Ich würde nicht wagen, Ihnen Ratschläge zu geben. Was ich versuche, ist nicht mehr als vor Ihnen gleichsam als Anwalt Ihrer eigenen Intention, gegen eine Tyrannei aufzutreten, die nicht anders als Sie mit Kraus verfuhren, nur beim Namen gerufen zu werden braucht, um zu verschwinden. Im Übrigen scheint gerade jetzt den Passagen ein wichtiger Impuls von außen zuzukommen. Ich las in einer englischen Filmzeitschrift ein Referat über das neue Buch von Breton, Le Vase Grumnicon, das, irre ich mich nicht, in vielem unseren Intentionen sehr nahe kommt. So wendet es sich gegen die psychologische Interpretation des Traumes und verpflichtet eine auf die objektiven Bilder hin und scheint diesen historischen Schlüsselcharakter dazu zu schreiben. Das Ganze liegt Ihrer Thematik viel zu nahe, um nicht wahrscheinlich gerade im zentralsten Punkt eine radikale Umwendung notwendig zu machen. Wo, kann ich aus dem Referat nicht sehen. Aber indem es diese Umwendung auslöst, könnte es von großer Wichtigkeit werden, vielleicht so wie, welch eine Parallele, Parlele Panowski und Sachsel fürs Barockbuch. Noch darf ich zu den Passagen sagen, dass es mir ein Unglück schiene, wenn diese Arbeit, die die Integration all ihrer Spracherfahrung bedeuten muss, französisch geschrieben würde, also in einem Medium, das selbst bei der meisterlichsten Kenntnis nicht zu jener Integration zu nutzen ist, die eben die Dialektik ihres eigenen Sprachlebens voraussetzt. Sollten Publikationsprobleme bestehen, so scheint mir der adäquate Weg dann der der Übersetzung. Der Verlust eines deutschen Originals aber würde mir, sans phrase, nicht weniger bedeuten, als den schwersten, den unsere Sprache erfuhr, seit Uland seinen Anteil am Hölderlinschen Nachlass verbrannte. Es ist selbstverständlich, dass ich für die Publikation alles in Bewegung setzen werde, was mir erreichbar ist. Am besten scheinen mir die Aussichten in Österreich, wo Gschrenegg jetzt eine Reihe wichtiger Positionen besetzt hält, der ohne Frage für diese Arbeit alles Erdenkliche tun würde. In meine Husserl-Arbeit bin ich mit verbundenen Augen wie zum Richtplatz einmarschiert, für eine logische Arbeit vielleicht keine so ganz schlechte Chance. Es sollte sich ursprünglich um eine Art Rückübersetzung einer eminent-philosophischen in eine Bildersprache handeln. Ob mir das jetzt und hier gelingt, hängt leider nicht allein von mir ab. Doch wird es ohne den Aufweis der immanenten Widersprüche jener formalen Ontologie und ihrer Begründung aus der vorgeschobensten Position seiner Klasse, die hier, wo Philosophie das Objekt ist, freilich unvermittelt einstehen muss, nicht abgehen. Ich bin aber noch viel zu tief im Beginn, um etwas sagen zu können, ohne Unsinn zu reden und bitte Sie um ein Vierteljahr Geduld, dann sehe ich klarer. Die äußeren Aussichten der Arbeiten, den höchst seltenen und schwierigen Oxford-Dr. Phil zu erwerben und damit meine eigenen, nach zwei Jahren, lassen sich nicht schlecht an. Die personellen Verhältnisse dabei sind überaus angenehm, weniger das Leben eines mittelalterlichen Studenten in Cap'n Gown, das zu führen ich gezwungen bin. Recht habe ich weder gesehen noch von ihm vernommen. Dagegen begegnete ich dem Eisler in London auf der Straße und er nahm Anlass, sich mit so unverschämter Arroganz zu gebärden, dass mir jede Lust verging, von mir aus irgendwelche Schritte in die Bezirke eines Denkens zu tun, das zwar eine Verhaltensweise, aber kein Benehmen ist. Eisler fand es immerhin ratsam, nachträglich durch schön, sich zu entschuldigen, aber sunt certi denique finis. Schön sah ich zweimal, und da es mir mit viel Arglist gelang, seine Frau Hansi fernzuhalten, so war das Beisammensein höchst erfreulich, mehr als seine Situation, die ich ganz schwarz sehe, ohne die mindeste Möglichkeit zu helfen. Jetzt bin ich auf eine Karte ebenfalls ohne Nachricht von ihm geblieben, doch liegen die Dinge möglicherweise so verzweifelt, dass man keinesfalls mit ihm rechten sollte. Seine Adresse ist London, Northwest, 32, Belzeis Park. Könnte ich den Kafka-Essay erhalten? Ich muss Ihnen nicht sagen, wie zentral wichtig er mir wäre. Der Entschluss, nach Sanremo zu gehen, wird, hoffe ich, Ihnen bessere Frucht bringen, als Ihnen jetzt scheinen mag, und all meine Wünsche in jedem Betracht begleiten Sie dorthin. Wissen Sie, dass ich Monate dort gelebt habe? Das Café Morgana, weit draußen über dem Meer, empfehle ich als Arbeitsstätte Ihrem freundlichen Willen. Und Sie sollten keinesfalls versäumen, das tote Dorf Busana Vecchia, droben in den Bergen, zu besuchen, einen Ort, der es mit den würdigsten Bezirken von Positano aufnimmt. Sollte es Sie nach Bouillabès gelüsten, so versteht sich der Besitzer des Hôtels de l'Europe, Signor Codoni, den ich zu grüßen bitte, aufs Beste darauf und wird Sie gerne mit Ihnen teilen. Auch vermag er wohl in die Geheimnisse eines Uova Allostrica einzuweihen. Gegen Krakauer ist mein Gewissen sehr schlecht, ohne dass ich meine Widerstände für zufällig halten könnte. Den Drei-Groschen-Roman sah ich noch nicht, mit größtem Gewinn lese ich Richard Hughes und Norman Douglas. Sternbergers Rundschauarbeiten habe ich von ihm erhalten und gesehen. Ich kann sie nicht so nichtswürdig finden wie Felicitas. Vor allem im Fotografieaufsatz stehen vortreffliche Dinge, etwa zur Kritik der Sachlichkeit. Die Jugendstilarbeit ist natürlich nur ein Inventar. Aber ich wäre doch froh, wenn man sich an jenen Plätzen nicht ohne weiteres niederlassen könnte und ein Schild nur für Erwachsene dort angebracht wäre. Ich habe ihm vorsichtig geschrieben, dass Essays zwar gegen Heidegger, Jaspers und die Philosophie als Form angezeigt, dass aber gerade hier nur die teuersten und schwersten philosophischen Kategorien zuständig seien. All das wird durch die bloße Existenz der Passagenarbeit erledigt sein. Mit den herzlichsten Grüßen stets Ihr Teddy Wiesengrund. Benjamins Kafka-Aufsatz, der im Dezember 1934 erschienen war und von dem Adorno beziehungsweise Gretel Kaplos ein Exemplar des Typos Skripts erhalten hatten durch Egon Wissing, einen Vetter Benjamins, der zu der Zeit in Berlin lebte und auf den Adorno in diesem Brief reagiert, zeigt zunächst etwas, was bei Adorno in dieser Weise ganz selten ist, eine tiefe und begeisterte Bewunderung. Berlin, 17. Dezember 1934. Lieber Herr Benjamin, lassen Sie mich in fliegender Hast, denn Felicitas ist im Begriff mir das Exemplar Ihres Kafka abzunehmen, das ich nur zweimal durchlesen konnte, mein Versprechen einlösen und wenige Worte dazu sagen, mehr um der spontanen, ja überwältigenden Dankbarkeit Ausdruck zu geben, die mich davor ergriffen hat, als weil ich mir etwa einbildete, den ungeheuren Torso ganz erraten oder gar beurteilen zu können. Nehmen Sie es nicht als unbescheiden, wenn ich damit beginne, dass mir unsere Übereinstimmung in den philosophischen Zentren noch nie so vollkommen zum Bewusstsein kam wie hier. Führe ich Ihnen meinen ältesten, neun Jahre zurückliegenden Deutungsversuch zu Kafka an, er sei eine Fotografie des irdischen Lebens aus der Perspektive des Erlösten, von dem nichts darauf vorkommt als ein Zipfel des schwarzen Tuches, während die grauenvoll verschobene Optik des Bildes keine andere ist als die der schräg gestellten Kamera selber, so bedarf es keiner anderen Worte zur Übereinstimmung, wie weit auch ihre Analysen über diese Konzeption hinausdeuten. Das betrifft aber zugleich auch und in einem sehr prinzipiellen Sinn die Stellung zu Theologie. Da ich auf eine solche vor dem Eingang zu ihren Passagen drängte, so scheint es mir doppelt wichtig, dass das Bild von Theologie, in dem ich gerne unsere Gedanken verschwinden sehe, kein anderes ist als das, aus dem hier ihre Gedanken gespeist werden. Es mag wohl inverse Theologie heißen. Der Standort gegen naturale und supranaturale Interpretationen zugleich, der darin erstmals in aller Schärfe formuliert ist, düngt mir aufs Genaueste mein eigener. Ja, meinem Kierkegaard war es um nichts anderes zu tun als darum und wenn sie über die Verknüpfung Pascals mit Kierkegaard höhnen, so darf ich sie wohl daran erinnern, dass im Kierkegaard von mir derselbe Hohn gegen die Verknüpfung Kierkegaards mit Pascal und Augustin exponiert ist. Wenn ich freilich dagegen doch an einer Relation von Kierkegaard und Kafka festhalte, so ist es am letzten die der dialektischen Theologie, deren Anwalt vor Kafka Schöps heißt. Sie liegt vielmehr genau bei der Stelle der Schrift, von der sie so entscheidend sagen, was Kafka etwa als ihr Relikt vermeint habe, könne besser nämlich gesellschaftlich als deren Polygomenon verstanden werden. Und dies ist in der Tat das Schiffernwesen unserer Theologie, kein anderes, aber freilich auch um kein Zoll weniger. Dass sie aber hier mit so ungeheurer Gewalt durchbricht, ist mir die schönste Bürgschaft ihres philosophischen Gelingens, seit ich die ersten Bruchstücke der Passagen kennenlernte. Zu unserer Übereinstimmung möchte ich zählen, zumal noch die Sätze über Musik und die über Grammophon und Fotografie, eine etwa ein Jahr alte Arbeit von mir zur Form der Schallplatte, die von einer bestimmten Stelle des Barockbuches ausgeht und gleichzeitig die Kategorie der Dinglichen Entfremdung und Rückseitigkeit fast in genau dem gleichen Sinne gebraucht, wie ich sie im Kafka nun auch von Ihnen konstruiert finde, wird Ihnen, wie ich hoffe, in wenigen Wochen zugehen. Und vor allem die über Schönheit und Hoffnungslosigkeit. Fast möchte ich es bedauern, dass die Nichtigkeit der offiziell theologischen Kafka-Deutungen zwar ausgesprochen, aber nicht voll expliziert ist, wie etwa die Gundolfs in den Wahlverwandtschaften, beiläufig gesagt, die Plattitüden des psychoanalytischen Kaiser verstellen weniger von der Wahrheit als jener bürgerliche Tiefsinn. Bei Freud gehören Uniform und Vater Imago zusammen. Wenn Sie selbst die Arbeit als unfertig bezeichnen, so wäre es freilich ganz konventionell und töricht, wenn ich Ihnen widersprechen wollte. Zu genau wissen Sie, wie sehr hier das Bedeutende dem Fragmentarischen verschwistert ist. Das schließt aber nicht aus, dass die Stelle der Unfertigkeit sich bezeichnen lässt, eben weil diese Arbeit ja vor den Passagen liegt. Denn dies ist ihre Unfertigkeit. Das Verhältnis von Urgeschichte und Modern ist noch nicht zum Begriff erhoben und das Gelingen einer Kafka-Interpretation muss in letzter Instanz davon abhängen. Eine erste Leerstelle ist ist da im Beginn bei dem Lukacs Zitat und der Antithese von Zeitalter und Weltalter. Diese Antithese könnte nicht als bloßer Kontrast, sondern selber bloß dialektisch fruchtbar werden. Ich würde sagen, dass für uns der Begriff des Zeitalters schlechterdings unexistent ist, so wenig, wie wir Dekadenz oder Fortschritt im offenen Sinn kennen, den sie hier selber destruieren, sondern bloß das Weltalter als Extrapolation der versteinerten Gegenwart. Und ich weiß, dass keiner in der Theorie mir lieber das zugäbe als sie. Im Kafka aber ist der Begriff des Weltalters abstrakt im Hegelschen Sinn geblieben. Beiläufig gesagt, es ist erstaunlich und wahrscheinlich ihnen nicht bewusst, welch dichte Beziehungen diese Arbeit zu Hegel hat. Ich führe an, nur, dass die Stelle über nichts und etwas aufs Schärfste der ersten Hegelschen Bewegung des Begriffs sein, nichts, werden eingepasst ist und dass das Kohen Motiv vom Umschlag mythischen Rechts in Schuld von diesen, wenn auch aus der jüdischen Tradition gewiss ebenso aus der Hegelschen Rechtsphilosophie übernommen ist. Das sagt aber nichts anderes als dass die Anamnesis oder das Vergessen der Urgeschichte bei Kafka in ihrer Arbeit wesentlich im archaischen und nicht durchdialektisierten Sinne gedeutet ist, womit die Arbeit eben an den Eingang der Passagen rückt. Ich habe hier am letzten zu richten, da ich nur zu gut weiß, dass der gleiche Rückfall, die gleiche unzulängliche Artikulation des Begriffs des Mythos mir im Kierkegaard ebenso zuzurechnen ist, wo er zwar als logische Konstruktion nicht aber konkret aufgehoben wurde. Eben darum darf ich aber diesen Punkt bezeichnen. Es ist kein Zufall, dass von den ausgelegten Anekdoten eine, nämlich Kafkas Kinderbild, ohne Auslegung bleibt. Dessen Auslegung wäre aber einer Neutralisierung des Weltalters im Blitzlicht Äquivalent. Das meint nun alle möglichen Unstimmigkeiten in Konkreto. Symptome der archaischen Befangenheit, der Unausgeführtheit der mythischen Dialektik noch hier. Die wichtigste scheint mir die des Odradek. Denn archaisch allein ist es, ihn aus Vorwelt und Schuld entspringen zu lassen und nicht als eben jenes Polygomenon wiederzulesen, das sie vorm Problem der Schrift so eindringlich fixieren. Hat er seinen Ort beim Hausvater, ist er denn nicht eben dessen Sorge und Gefahr, ist mit ihm nicht eben die Aufhebung des kreatürlichen Schuldverhältnisses vorbedeutet, ist nicht die Sorge wahrhaft ein auf die Füße gestellter Heidegger, die Schiffer ja das gewisseste Versprechen der Hoffnung eben in der Aufhebung des Hauses? Gewiss ist Odradek als Rückseite der Dingwelt Zeichen der Entstelltheit, als solches aber eben ein Motiv des Transzendierens, nämlich der Grenzwegnahme und Versöhnung des Organischen und Unorganischen oder der Aufhebung des Todes. Odradek überlebt. Anders gesagt, bloß dem dinghaft verkehrten Leben ist das Entrinnen aus dem Naturzusammenhang versprochen. Hier ist mehr als Wolke, nämlich Dialektik und die Wolkengestalt gewiss nicht aufzuklären, aber durchzudialektisieren. Gewissermaßen die Parabel regnen zu lassen, das bleibt das innerste Anliegen einer Kafka-Interpretation. Dasselbe wie die theoretische Durchartikulation des dialektischen Bildes. Nein, so dialektisch ist Odradek, dass von ihm wirklich auch gesagt werden kann, so gut wie nichts hat alles gut gemacht. Zum gleichen Komplex gehört die Stelle von Mythos und Märchen, an der zunächst pragmatisch zu beanstanden wäre, dass das Märchen als Überlistung des Mythos auftritt oder dessen Brechung, als ob die attischen Tragiger Märchendichter wären, was sie doch am letzten sind, und als ob nicht die Schlüsselfigur des Märchens die vormythische, nein, die sündelose Welt wäre, wie sie uns dinglich schiffriert erscheint. Es ist höchst seltsam, dass die sachlichen Fehler, die etwa der Arbeit sich vorwerfen ließen, genau hier ansetzen. Denn die Delinquenten der Strafkolonie werden, wenn mich nicht meine Erinnerung aufs Grausamste betrügt, nicht bloß auf dem Rücken, sondern auf dem ganzen Leib von der Maschine beschrieben. Ja, es wird sogar von dem Vorgang gesprochen, wo die Maschine sie umwendet. Umwendung ist das Herz dieser Erzählung, wie sie auch im Augenblick des Verstehens gegeben ist. Übrigens dürfte gerade bei dieser Erzählung, die in ihrem Hauptteil eine gewisse idealistische Abstraktheit hat, wie die von ihnen mit Recht zurückgewiesenen Aphorismen, der disparate Schluss nicht vergessen werden mit dem Grab des alten Gouverneurs unter dem Kaffeehaustisch. Archaisch scheint mir auch die Deutung des Naturtheaters im Ausdruck ländliche Kirmes oder Kinderfest. Das Bild eines großstädtischen Sängerfestes der 80er Jahre wäre gewiss wahrer und Morgensterns Dorfluft war mir schon immer verdächtig. Ist Kafka kein Religionsstifter und wie Recht haben sie, wie wenig ist er es, so ist er gewiss auch und in keinem Sinn nicht ein Dichter jüdischer Heimat. Bei Benjamin heißt es, im bucklichten Männlein hat das Volkslied das gleiche versinnenbildlicht. Dies Männlein ist der Insasse des entstellten Lebens. Es wird verschwinden, wenn der Messias kommt, von dem ein großer Rabbi gesagt hat, dass er nicht mit Gewalt die Welt verändern wolle, sondern nur um ein geringes sie zurechtstellen werde. Gehe ich in mein Kämmerlein, will mein Bettlein machen, steht ein bucklicht Männlein da, fängt als anzulachen. Das ist das Lachen oder Tradex, von dem es heißt, es klingt etwa so, wie das Rascheln in gefeilenen Blättern. Wenn ich an meinen Bänkleinknie will ein Bänkleinknie beten, steht ein bucklicht Männlein da, fängt als anzureden. Liebes Kindlein, ach ich bitte, bet fürs bucklicht Männlein mit. So endet das Volkslied. In seiner Tiefe bewirrte Kafka den Grund, den weder das mythische Ahnungswissen noch die existenzielle Theologie ihm gibt. Es ist der Grund des deutschen Volkstums so gut wie des jüdischen. Wenn Kafka nicht gebetet hat, was wir nicht wissen, so war ihm doch aufs höchste Eigen, was mal in Branche das natürliche Gebet der Seele nennt, die Aufmerksamkeit. Und in sie hat er, wie die Heiligen in ihre Gebete alle Kreatur eingeschlossen. Hier empfinde ich Hügel der Engel sind kein Manko, sondern ihr Zug. Sie, der obsolete Schein, sind die Hoffnung selber und keine andere gibt es als diese. Von hier aus, von der Dialektik des Scheins als vorzeitlicher Moderne, scheint mir die Funktion von Theater und Geste ganz aufzugehen, die sie erstmals so in die Mitte gestellt haben, wie es geziemt. Die Tenöre des Prozesses sind ganz von der Art. Wollte man nach dem Grund der Geste suchen, so wäre er vielleicht weniger im chinesischen Theater zu suchen, scheint mir als in Moderne, nämlich dem Absterben der Sprache. In den kafkaschen Gesten entbindet sich die Kreatur, der die Worte von den Dingen genommen worden sind. So erschließt sie sich gewiss, wie sie es sagen, der tiefen Besinnung oder dem Studium als Gebet. Als Versuchsanordnung scheint sie mir nicht zu verstehen und das Einzige, was mir an der Arbeit Material fremd düngt, ist die Hereinahme von Kategorien des epischen Theaters. Denn dies Welttheater, da es ja nur Gott vorgespielt wird, duldet keinen Standpunkt außerhalb, für den es als Bühne sich zusammenschließen würde. So wenig, wie sie sagen, der Himmel darin im Bildrahmen an die Wand sich hängen ließe, so wenig gibt es einen Bühnenrahmen für die Szene selbst, es sei denn gerade den Himmel über der Rennbahn. Und daher gehört zur Konzeption der Welt als des Theaters der Erlösung in der sprachlosen Übernahme des Wortes konstitutiv hinzu, dass Kafkas Kunstform und freilich von der Kunstform wird sich nach der Ablehnung der unvermittelten Leergestalt nicht absehen lassen, zur theatralischen in der äußersten Antithese steht und Roman ist. So scheint mir hier Brot mit der banalen Erinnerung an den Film etwas weit genaueres getroffen zu haben, als er ahnen konnte. Kafkas Romane sind nicht Regiebücher fürs Experimentiertheater, weil ihnen der Zuschauer prinzipiell abgeht, der ins Experiment eingreifen könnte, sondern sie sind die letzten, verschwindenden Verbindungstexte zum stummen Film, der nicht umsonst fast genau gleichzeitig mit Kafkas Tod verschwand. Die Zweideutigkeit der Geste ist die zwischen dem Versinken in Stummheit, mit der Destruktion der Sprache und dem Sich Erheben aus ihr in Musik. So ist wohl das wichtigste Stück zur Konstellation Geste, Tier, Musik, die Darstellung der stumm musizierenden Hundegruppe aus den Aufzeichnungen eines Hundes, die ich nicht zögern möchte, dem Sancho Panzer an die Seite zu stellen. Vielleicht könnte deren Hereinnahme hier vieles klären. Lassen Sie mich zum Fragmentcharakter nur noch das sagen, dass das Verhältnis von Vergessen und Erinnern gewiss zentral mir noch nicht offenbar geworden ist und vielleicht eindeutiger und Härte artikuliert werden könnte. Lassen Sie mich der Kuriosität halber sagen, zur Stelle über Charakterlosigkeit, dass ich im vorigen Jahr ein kleines Stück Gleichmacherei geschrieben habe, indem ich die Auslöschung des individuellen Charakters in der gleichen Weise positiv genommen habe. Und lassen Sie als weitere Kuriosität mich Ihnen sagen, dass ich im Frühjahr in London ein Stück über die zahllosen bunten Fahrscheinmodelle der Londoner Autobusse schrieb, dass ich auf seltsamste mit ihrem Farbenstück aus der Berliner Kindheit berührt, das Felicitas mir zeigte. Vor allem aber lassen Sie mich nochmals unterstreichen die Bedeutung der Stelle von der Aufmerksamkeit als Gebet. Ich wüsste nichts Wichtigeres von Ihnen, nichts auch, was über Ihre innersten Motive genaueren Aufschluss geben könnte. Fast will es mir scheinen, als wäre durch Ihren Kafka der Frevel unseres Freundes Ernst gesühnt. Ich habe von ihm auf meinen großen Brief noch keine Antwort und bin vor allem darauf begierig, ob eine erfolgen wird. Wir fahren Samstag nach Frankfurt. Felicitas fand ich in gutem Zustand und bin selber recht wohl. In Freundschaft ihr Teddy W. An einer Stelle zitiert Adorno sich selbst, wenn er sagt, so gut wie nichts hat alles gut gemacht. Das ist zugleich möglicherweise ein Prüfstein dafür, ob Benjamin sein Singspiel wirklich gelesen hatte. Denn dieser Vers stammt aus dem Lied vom Danken dieses Singspiels und die drei Strophen lauten Dank, Dank, weil ihr geholfen habt, wie der Indianer Joe mich töten wollte, Dank, dass euch geholfen worden ist, wie ihr verloren wart in der großen Höhle. Dunkel war die Höhle und der Joe war schon sehr nah an meinem Hause. So gut wie nichts hat alles gut gemacht. Was Schlimmes war, hat immer zusammengehängt. Man mag es nur immer erst nachher. Auch das Gute kommt manchmal zusammen. Dann soll man danken, ihr es zu spät war. Paris, 31. 5. 1935 Lieber Herr Wiesengrund, wenn diese Zeilen ein wenig auf sich haben warten lassen, so bringen sie Ihnen in Verbindung mit dem sie begleitenden Exposé den vollkommensten Aufschluss über meine Arbeit, über meine innere und äußere Lage. Ehe ich mit einigen kurzen Worten auf den Inhalt des Exposés eingehe, berühre ich die Rolle, die es in meiner Beziehung zum Institut einnimmt. Darüber ist schnell gesprochen. Denn sie beschränkt sich vorläufig auf den Umstand, dass den Anstoß zu seiner Abfassung ein Gespräch gab, das ich Ende April mit Pollock hatte. Dass dieser Anstoß ein äußerlicher und Disperater war, ist selbstverständlich. Gerade darum aber war er imstande, in die große, so viele Jahre lang vor jeder Einwirkung von draußen sorgfältig behütete Masse, jene Erschütterung zu bringen, die eine Kristallisation möglich macht. Ich betone sehr, dass in diesem Umstand, der in der gesamten Ökonomie dieser Arbeit ein legitimer und fruchtbarer ist, die Bedeutung äußerer und heterogener Faktoren sich erschöpft. Wenn ich meinen grazianischen Wahlspruch suche, in allen Dingen die Zeit auf deine Seite zu bringen, je ins Werk gesetzt habe, so denke ich, in der Weise, in der ich es mit dieser Arbeit gehalten habe. Da steht an ihrem Beginn Aragon, der Paisant de Paris, von dem ich des Abends im Bett nie mehr als zwei bis drei Seiten lesen konnte, weil mein Herzklopfen dann so stark wurde, dass ich das Buch aus der Hand legen musste. Welche Warnung, welcher Hinweis auf die Jahre und Jahre, die zwischen mich und solche Lektüre gebracht werden mussten. Und doch stammen die ersten Aufzeichnungen zu den Passagen aus jener Zeit. Es kamen die Berliner Jahre, in denen der beste Teil meiner Freundschaft mit Franz Hessel sich in vielen Gesprächen aus dem Passagenprojekt nährte. Damals entstand der heute nicht mehr in Kraft stehende Untertitel »Eine Dialektische Férie«. Dieser Untertitel deutet den rhapsodischen Charakter der Darstellung an, die mir damals vorschwebte und deren Relikte, wie ich heute erkenne, formal und sprachlich keinerlei ausreichende Garantien enthielten. Diese unbekümmert archaischen naturbefangenen Philosophierens. Es waren die Frankfurter Gespräche mit ihnen und ganz besonders das Historische im Schweizerhäuschen. Danach das gewiss Historische um den Tisch mit ihnen, Asia, Felicitas, Horkheimer, die das Ende dieser Epoche heraufführten. Um die rhapsodische Naivität war es geschehen. Diese romantische Form war in einem Raccursi der Entwicklung überholt worden. Von einer anderen aber hatte ich damals noch auf Jahre hinaus keinen Begriff. Im Übrigen begannen in diesen Jahren die äußeren Schwierigkeiten, welche es mir geradezu als providenziell haben erscheinen lassen, dass die Innern mir eine abwartende dilatorische Arbeitsweise schon vorher nahegelegt hatten. Es folgte die einschneidende Begegnung mit Brecht und damit der Höhepunkt aller Aporien für diese Arbeit, der ich mich doch auch jetzt nicht entfremdete. Was aus dieser jüngsten Epoche für die Arbeit Bedeutung gewinnen konnte, und es ist nicht gering, das konnte allerdings keine Gestalt gewinnen, ehe nicht die Grenzen dieser Bedeutung unzweifelhaft bei mir feststanden und 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 also Direktiven auch von dieser Seite ganz außer Betracht fielen. Mir geht es, wie Sie wissen, vor allem um die Urgeschichte des 19. Jahrhunderts. In dieser Arbeit sehe ich den eigentlichen, wenn nicht den einzigen Grund, den Mut im Existenzkampf nicht aufzugeben. Schreiben kann ich sie, so viel ist mir heute und unbeschadet der großen, sie fundierenden Masse von Vorarbeiten vollkommen klar, vom ersten bis zum letzten Wort nur in Paris. Natürlich zunächst einzig in deutscher Sprache. Mein Minimalverbrauch in Paris sind 1000 Fr. im Monat, so viel hat mir Pollock im Mai zur Verfügung gestellt, so viel soll ich nochmals für Juni erhalten. Aber so viel brauche ich auf eine Weile, um weiter arbeiten zu können. Schwierigkeiten machen sich ohnehin genug bemerkbar, heftige Migräneanfälle halten mir oft genug meine prekäre Daseinsart gegenwärtig. Ob und unter welchem Titel das ob es unter Umständen nötig wäre, seinem Interesse Anhaltspunkte durch andere Arbeiten zu geben, das werden Sie vielleicht im Gespräch mit Pollock eher klären können als ich. Ich bin zu jeder Arbeit bereit. Aber jede von irgendwelcher Bedeutung würde verlangen, dass ich für die Dauer ihrer Darstellung die Passagen zurückstelle. Dass die Arbeit, so wie sie eigentlich konzipiert ist, vom Institut herausgegeben werden könne, habe von versichert habe. Eine andere Frage ist es jedoch, wie weit die neuen und eingreifenden soziologischen Perspektiven, die den gesicherten Rahmen der interpretativen Verspannungen hergeben, einen Anteil des Instituts an dieser Arbeit begründen können, die ohne ihn weder so noch anders Wirklichkeit werden würde. Denn eine Distanz, die im gegenwärtigen Stadium sich zwischen Entwurf und Gestaltung einschieben würde, wäre wahrscheinlich mit einschneidenden Gefahren für jede spätere Darstellung verbunden. Der Rahmenentwurf dagegen enthält zwar längst nicht an allen Stellen, aber doch an den mir entscheidenden, diejenigen philosophischen Begriffsbestimmungen, die jene fundieren. Wenn gerade sie manches Stichwort vermissen werden, den Plüsch, die Langeweile, die Bestimmung der Phantasmagorien, so sind gerade das Motive, denen ich nur ihren Ort zu geben hatte. Ihre Gestaltung, die bei mir teilweise sehr weit gediehen ist, gehörte in dieses Exposé nicht hinein. Dieses viel weniger aus Gründen seiner äußeren Zweckbestimmung als seiner inneren. Es hatte die alten, mir gesicherten Bestände mit den neuen zu durchdringen, die ich mir im Laufe der Jahre erworben habe. Den Entwurf, den sie erhalten, bitte ich sie, ausnahmslos niemandem zu zeigen und mir alsbald zurückzuschicken. Er dient nur meinen eigenen Studien. Ein anderer, der in kurzem fertiggestellt sein wird, und zwar in mehreren Exemplaren, wird ihnen später zugehen. Sanremo dürfte als Ort einer Begegnung für uns dieses Jahr wohl nicht in Betracht kommen. Können sie nicht einrichten, den Weg von Oxford nach Berlin über Paris zu nehmen? Erwägen sie das doch bitte eingehend. Sowohl Lenja wie Max Ernst würde ich gern sehen. Können sie etwas veranlassen, so sind sie meiner Zustimmung sicher. Ich höre mit Freude, dass die Textgestaltung ihrer Arbeit absehbar geworden ist. Um Näheres von ihr zu erfahren, muss ich wohl auf unsere Aussprache warten. Nehmen sie meine herzlichsten Grüße, ihr Walter Benjamin. 31. Mai 1935 Paris, 14. Arrondissement Place d'Enfer Rochereau. Im Frühjahr 1935 traf Benjamin Friedrich Pollock, den zweiten Direktor des Instituts für Sozialforschung in Paris und erzählte ihm von seinem Projekt über das Paris des 19. Jahrhunderts ein Buch zu schreiben. Das hat Benjamin sicher auch gedacht, in dem Sinne, dass er eine längerfristige Förderung durch das Institut initiieren würde. Pollock scheint nach den Zeugnissen darauf sehr positiv reagiert zu haben und hat das auch Hockheimer mitgeteilt. Benjamin hat daraufhin ein Exposé geschrieben mit dem Titel Paris die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Dies löst den alten improvisierten Titel der Pariser Passagen ab und dieses Exposé hat Benjamin Adorno geschickt und Adorno und Gretel Kaplos haben dann vom Schwarzwald aus eine ausführliche Kritik oder wie Adorno mal gegenüber Hockheimer sagt einen Gegenentwurf zu diesem Exposé geschickt. Im Folgenden spielt dieser Plan Benjamins nicht nur eine große Rolle für die Förderung durch das Institut sondern auch für die Diskussion zwischen Adorno und Benjamin es ist sozusagen der rote Faden der sich durch die Korrespondenz bis zum Schluss hindurch zieht. Hornberg im Schwarzwald Hotel Bären 2. August 1935 bis 4. August 1935 Lieber Herr Benjamin lassen Sie mich heute endlich versuchen Ihnen einiges zu dem Exposé zu sagen dass ich aufs Eingehendste studiert und nochmals mit Felicitas durchgesprochen habe die denn auch an meiner Antwort voll mit beteiligt ist Es scheint mir der Wichtigkeit des Gegenstandes die ich wie Sie wissen aufs höchste einsetze angemessen wenn ich in voller Aufrichtigkeit spreche und ohne Präambeln an die zentralen Fragen herangehe die ich ja als für uns beide in gleichem Sinne zentral betrachten darf nicht aber ohne der kritischen Diskussion voraus zu schicken dass mir bereits das Exposé so wenig gerade bei ihrer Arbeitsweise Umriss und Gedankengang eine zureichende Vorstellung vermitteln können der wichtigsten Konzeptionen voll zu sein scheint von denen ich nur die großartige Stelle über Wohnen als Spuren hinterlassen die entscheidenden Sätze über den Sammler und die Befreiung der Dinge vom Fluch nützlich zu sein und auch die dialektische Auffassung Osmans hervorheben möchte ebenso scheint mir der Entwurf des Baudelaire Kapitels als Deutung des Dichters und die Einführung der Kategorie der Nouveauté vollgelungen sie werden danach erraten was sie ohnehin kaum anders erwartet haben dass sie sich mir nämlich wiederum um den Komplex handelt der durch die Stichwörter Urgeschichte des 19. Jahrhunderts Dialektisches Bild Konfiguration von Mythos und Moderne bezeichnet wird Wenn ich dabei von einer Scheidung in materiale und erkenntnistheoretische Frage absehe so dürfte das wenn schon nicht mit der Außendisposition des Exposés so doch jedenfalls mit der philosophischen Kernmasse korrespondieren in deren Bewegung ja eben gleich wie in den beiden tradierten neueren Entwürfen von Dialektik jene Entgegensetzung verschwinden soll Lassen Sie mich zum Ausgang nehmen das Motto auf Seite 3 Schackepoc rêve la vivante das mir insofern ein wichtiges Instrument scheint als um den Satz alle jene Motive der Theorie des dialektischen Bildes sich ankristallisieren die mir grundsätzlich der Kritik zu unterliegen scheinen und zwar als undialektisch so dass mit der Eliminierung jenes Satzes eine Bereinigung der Theorie selbst gelingen könne denn er impliziert dreierlei die Auffassung des dialektischen Bildes als eines ob auch kollektiven Bewusstseins Inhaltes seine geradlinige fast möchte ich sagen entwicklungsgeschichtliche Bezogenheit auf Zukunft als Utopie die Konzeption der Epoche als eben des zugehörigen und in sich einigen Subjekts zu jenem Bewusstseins Inhalt es düngt mir nun höchst belangvoll dass mit dieser Fassung des dialektischen Bildes die eine Immanente heißen darf nicht bloß die Ursprungsgewalt des Begriffes die eine theologische war bedroht ist und eine Simplifizierung eintritt die hier nicht die subjektive Nuance sondern den Wahrheitsgehalt selber angreift sondern eben damit auch gerade jene gesellschaftliche Bewegung im Widerspruch verfehlt wird um deret Willen sie das Opfer der Theologie bringen wenn sie das dialektische Bild als Traum ins Bewusstsein verlegen so ist damit nicht bloß der Begriff entzaubert und umgänglich geworden sondern hat eben damit auch jene objektive Schlüsselgewalt eingebüßt die gerade materialistisch ihn legitimieren könnte der der Fetisch der wahre ist keine Tatsache des Bewusstseins sondern dialektisch in dem eminenten Sinne dass er Bewusstsein produziert das besagt aber dass das Bewusstsein oder Unbewusstsein ihn nicht einfach als Traum abzubilden vermag sondern mit Wunsch und Angst gleichermaßen ihn beantwortet durch den Sidvenia Verbo Abbild Realismus der jetzigen immanenten Fassung des dialektischen Bildes geht aber gerade jene dialektische Macht des Fetisch Charakters verloren um auf die Sprache des glorreichen ersten Passagen Entwurfs zu rekurrieren wenn das dialektische Bild nichts ist als die Auffassungsweise des Fetisch Charakters im Kollektiv Bewusstsein so mag sich zwar die Saint-Simonistische Konzeption der wahren Welt als Utopie nicht aber deren Kehrseite enthüllen nämlich das dialektische Bild des 19. Jahrhunderts als Hölle nur diese aber vermöchte das Bild des goldenen Zeitalters an die rechte Stelle zu bringen und gerade einer Interpretation Offenbachs könnte dieser Doppelsinn sich höchst schlüssig herausstellen nämlich der von Unterwelt und Arkadien beides sind explizite Kategorien Offenbachs und bis in Details der Instrumentation herein zu verfolgen So scheint mir die Aufgabe der Höllenkategorie des Entwurfes und zumal der genialen Stelle über den Spieler für die die Stelle über Spekulation und Glücksspiel keinen Ersatz bietet nicht nur eine Einbuße an Glanz sondern auch an dialektischer Stimmigkeit Nun verkenne ich am letzten die Relevanz der Bewusstseinsimmanenz fürs 19. Jahrhundert Aber nicht kann aus ihr der Begriff des dialektischen Bildes gewonnen werden sondern Bewusstseinsimmanenz selber ist als Interieur das dialektische Bild fürs 19. Jahrhundert als Entfremdung Darin muss sich den Einsatz des zweiten Kierkegaard-Kapitels auch beim neuen Je stehen lassen Nicht also wäre danach das dialektische Bild als Traum ins Bewusstsein zu verlegen sondern durch die dialektische Konstruktion wäre der Traum zu entäußern und die Bewusstseinsimmanenz selber als eine Konstellation des Wirklichen zu verstehen Gleichsam als die astronomische Phase in welcher die Hölle durch die Menschheit hindurch wandert Erst die Sternkarte solcher Wanderschaft vermöchte so scheint mir den Blick auf Geschichte als Urgeschichte freizugeben Lassen Sie mich den Einwand genau den gleichen vom extremen Gegenpunkt aus nochmals zu formulieren suchen Im Sinne der Immanenzfassung des dialektischen Bildes konstruieren sie das Verhältnis des Ältesten und Neuesten das ja schon im ersten Entwurf zentral stand als eines der utopischen Bezugnahme auf klassenlose Gesellschaft Damit wird das Archaische zu einem Komplementär hinzugefügten anstatt das Neueste selber zu sein ist also entdialektisiert Zugleich aber wird ebenfalls undialektisch das klassenlose Bild in den Mythos zurückdatiert anstatt wahrhaft als Höllenphantasmagorie transparent zu werden So scheint mir denn die Kategorie unter welcher die Archäik in der Moderne aufgeht weit weniger das goldene Zeitalter als die Katastrophe Ich habe einmal notiert das jüngst vergangene stelle allemal sich da als ob es durch Katastrophen vernichtet sei Hick et Nunc würde ich sagen damit aber als Urgeschichte Und gerade hier weise ich mich mit der kühnsten Stelle des Trauerspielbuches in Übereinstimmung Wenn die Entzauberung des dialektischen Bildes als Traum es psychologisiert so verfällt sie aber eben dadurch den Zauber der bürgerlichen Psychologie Denn wer ist das Subjekt zum Traum? Im 19. Jahrhundert gewiss nur das Individuum aus dessen Träumen aber weder der Fetischcharakter noch dessen Monumente unmittelbar abbildlich gelesen werden können Daher wird denn das Kollektivbewusstsein hergeholt von dem ich freilich bei der gegenwärtigen Fassung fürchte dass es vom Jungschen sich nicht abheben lässt Der Kritik ist es von beiden Seiten offen vom gesellschaftlichen Prozess her in dem es archaische Bilder dort hypostasiert wo Dialektische durch den wahren Charakter nur eben nicht in einem archaischen Kollektiv Ich sondern in den bürgerlich entfremdeten Individuen produziert werden Von der Psychologie aus in dem wie Horkheimer sagt das Massen-Ich nur bei Erdbeben und Massenkatastrophen existiert während sonst der objektive Mehrwert gerade in Einzelsubjekten und gegen sie sich durchsetzt Das Kollektivbewusstsein wurde nur erfunden um von der wahren Objektivität und ihrem Korrelat nämlich der entfremdeten Subjektivität abzulenken An uns ist es dies Bewusstsein nach Gesellschaft und Einzelnem dialektisch zu polarisieren und aufzulösen und nicht es als bildliches Korrelat des wahren Charakters zu galvanisieren Dass im träumenden Kollektiv keine Differenzen für die Klassen bleiben spricht deutlich und warnend genug Die mythisch-archaische Kategorie des goldenen Zeitalters aber hat endlich und das scheint mir gerade gesellschaftlich entscheidend auch verhängnisvolle Konsequenzen für die wahren Kategorie selber Wird am goldenen Zeitalter die entscheidende Zweideutigkeit ein Begriff übrigens, der selber der Theorie höchst bedürftig ist und keinesfalls bloß stehen bleiben darf nämlich die zur Hölle unterschlagen so wird dafür die wahre als die Substanz des Zeitalters zur Hölle schlechthin und in einer Weise negiert welche in der Tat die Unmittelbarkeit des Urzustandes als Wahrheit möchte erscheinen lassen So führt die Entzauberung des dialektischen Bildes geradewegs in ungebrochen mythisches Denken und wie dort jung, so meldet hier Klages als Gefahr sich an Nirgends aber bringt der Entwurf mehr an Remedien mit als gerade an dieser Stelle Hier wäre der zentrale Ort der Lehre vom Sammler der die Dinge vom Fluch nützlich zu sein befreit Hierhin gehört auch, wenn ich recht verstehe Osman, dessen Klassenbewusstsein gerade durch die Vollendung des wahren Charakters in einem hegelischen Selbstbewusstsein die Sprengung der Phantasmagorie inauguriert Die wahre als dialektisches Bild verstehen heißt eben auch sie als Motiv ihres Unterganges und ihrer Aufhebung anstatt der bloßen Regression aufs Ältere verstehen Wahre ist einerseits das Entfremdete an dem der Gebrauchswert abstirbt andererseits aber das Überlebende das Fremdgeworden, die Unmittelbarkeit übersteht An den Wahren, nicht unmittelbar für die Menschen haben wir das Versprechen der Unsterblichkeit und der Fetisch ist, um die von ihnen mit Recht statuierte Beziehung zum Barockbuch weiterzutreiben fürs 19. Jahrhundert ein treulos letztes Bild wie nur der Totenkopf An dieser Stelle scheint mir der entscheidende Erkenntnischarakter Kafkas, insbesondere des Odradek als der nutzlos überlebenden Ware zu liegen In diesem Märchen mag der Surrealismus sein Ende haben wie das Trauerspiel im Hamlet Innergesellschaftlich sagt das aber dass der bloße Begriff des Gebrauchswertes keinesfalls genügt, den wahren Charakter zu kritisieren sondern nur aufs vorarbeitsteilige Stadium zurücklenkt Das war stets mein eigentlicher Vorbehalt gegen Bertha Und ihr Kollektiv, sowohl wie ihr unmittelbarer Funktionsbegriff sind mir darum stets suspekt gewesen nämlich selber als Regression Vielleicht sehen Sie aus dieser Überlegung deren sachlicher Gehalt genau die Kategorien trifft die im Exposé Bertha gemäß sein mögen dass mein Widerstand gegen diese nicht insulare Rettungsversuche für autonome Kunst oder irgend ähnliches sind sondern mit jenen Motiven unserer philosophischen Freundschaft aufs Tiefste kommunizieren die mir die ursprünglichen dünken Wenn ich mit einem gewagten Griff den Bogen meiner Kritik zusammenfassen dürfte so müsste er, wie könnte es anders sein um die Extreme sich schließen Eine Restitution der Theologie oder lieber eine Radikalisierung der Dialektik bis in den theologischen Glutkern hinein müsste zugleich eine äußerste Schärfung des gesellschaftlich-dialektischen ja, des ökonomischen Motives bedeuten Das wäre zumal auch historisch zu nehmen Der fürs 19. Jahrhundert spezifische Warencharakter das heißt die industrielle Warenproduktion müsste materialweit schärfer herausgearbeitet werden da es ja seit dem beginnenden Kapitalismus das heißt dem Manufakturzeitalter eben dem Barock Warencharakter und Entfremdung gibt wie denn andererseits die Einheit der Moderne seitdem eben im Warencharakter liegt Erst eine genaue Bestimmung der industriellen Warenform als einer historisch von den älteren scharf abgehobenen könnte aber die Urgeschichte und Ontologie des 19. Jahrhunderts voll liefern Alle Beziehungen auf die Warenform als solche verliehen dieser Urgeschichte einen gewissen Charakter des Metaphorischen der in diesem Ernstfall nicht geduldet werden kann Ich möchte vermuten, dass, wenn Sie sich hier Ihrer Verfahrungsweise der blinden Materialarbeit ganz überlassen die größten Interpretationsergebnisse zu erzielen sind Wenn meine Kritik sich demgegenüber in einer gewissen theoretischen Abstraktionssphäre bewegt so ist das gewiss eine Not aber ich weiß, dass Sie diese Not nicht als eine von Weltanschauung betrachten und damit meine Vorbehalte beseitigen werden Schließlich möchte ich Sie um Absolution bitten dass ich ganz ausnahmsweise von diesem Brief für Felicitas und mich einen Durchschlag hergestellt habe Ich hoffe, dass das durch seinen sachlichen Gehalt gerechtfertigt wird und möchte glauben, dass es technisch die Fortführung der Diskussion erleichtern wird Felicitas und ich erholen uns so gut wie es in diesem Mittelgebirge eben möglich ist Gearbeitet habe ich nichts, nur einen Entwurf zu einer projektierten Buchausgabe meiner musikalischen Essays hergestellt Ob sie zustande kommt, ist noch ganz ungewiss In wahrhafter Freundschaft steht's ihr Teddy Wiesengrund Ja, 1936 hat Benjamin Max Horkheimer anlässlich eines Treffens in Paris seine erste Fassung des Kunstwerkaufsatzes gezeigt Volle Titel ist, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit Horkheimer war von diesem Manuskript sehr begeistern und hat es sofort für die Zeitschrift für Sozialforschung angenommen und dieser Aufsatz hat nicht nur nach seinem Erscheinen in der Zeitschrift sondern in den Jahrzehnten danach, wie man weiß eine große Rolle in der sogenannten Rezeptionsästhetik aber nicht nur dort gespielt Damit war nun für Benjamin eine noch engere Bindung an das Institut entstanden und gleichzeitig eine Möglichkeit mit Adorno häufiger zusammenzutreffen der wiederum nach einem Treffen Oskar Wiesengrunds, Adornos Vater mit Horkheimer die Aussicht hatte, nach New York überzusiedeln, um dort vollwertiges Mitglied des Instituts zu werden ein Jugendtraum Adornos als an Frankfurter Studententagen Merton College, Oxford, 2. Juni 1936 Lieber Herr Benjamin, ich hatte einen Brief von Else Herzberger, die in Paris zurück ist Der Brief hat mich aufs Äußerste bestürzt Sie schreibt darin, wie schlecht es Ihnen gehe, ob ich nichts zu Ihrer Hilfe tun könne Nun hatte ich gehofft, diese Dinge seien, wenn auch bescheiden, so doch so weit geregelt dass sie vor Not geschützt seien Darauf bezog sich die Absprache zwischen Max und mir und ich glaubte, das auch von Ihnen bestätigt Nach Elses Worten habe ich die schlimmsten Befürchtungen dass irgendetwas nicht funktioniert und bitte Sie darum um umgehende Nachricht damit ich gegebenenfalls sofort intervenieren kann Else hat offenbar den Eindruck, Sie seien von mir im Stich gelassen der mir besonders peinlich ist Gegebenenfalls bitte ich, ihn zu rektifizieren Es ist selbstverständlich, dass ich für Sie dem Institut gegenüber einstehe, so wie stets nur In herzlicher Verbundenheit, Ihr Teddy Wiesengrund Paris, 4.06.1936 Lieber Herr Wiesengrund Diese Antwort auf Ihren Brief vom 28. Mai, für den ich Ihnen herzlich danke hat nichts Definitives Sie werden sehen, dass die sachlich bedeutungsvollsten Probleme in ihr verhältnismäßig am kürzesten kommen Das hat mehrere Gründe An erster Stelle steht dabei die Aussicht welche Sie mir auf eine Begegnung am Monatsende eröffnen Es ist zwar nicht anzunehmen, dass ein förmlicher Vertrag über Max Essays bis dahin vorliegen wird Aber ich halte es für nützlich, dem ungeachtet die Einrichtung des Bandes in Angriff zu nehmen und habe heute in diesem Sinne nach New York geschrieben Ich würde Sie sehr darum bitten, wenn irgend möglich, um diese Zeit zu kommen Zumal ich, wenn irgend möglich, im Juli die Stadt auf eine Weile verlassen werde Damit bin ich bei Ihrem Brief vom 2. Juni Es tut mir ungeheuer leid, dass auch nur das geringste Missverständnis über unsere Freundschaft und ihren Beistand bei Elsa Herzberger auftauchen konnte Es wird sich sehr leicht und schnell beheben und ich hoffe, Sie werden mich von Schuld an ihm freisprechen Nachdem der Druck, der so lange infolge meiner ökonomischen Situation auf mir gelegen hatte sich gelöst hatte, trat das in solchen Fällen nicht ungewöhnlicher ein Die Nerven gaben im Zustande der Entspannung nach Ich fühlte, dass meine Reserven erschöpft waren Ich fühlte auch die Folgen, die ein über ein Jahr währender ununterbrochener Aufenthalt in Paris unter den gedachten Verhältnissen mit sich gebracht hatte Ich sah, dass ich für die Wiederherstellung meiner geistigen Ökonomie etwas tun müsse Nun hatte ich seinerzeit Max bei Besprechung meines Anliegens gesagt dass in dem von mir erbetenen und von ihm bewilligten Existenzminimum Reisen nicht mit einbegriffen seien In der Tat kann ich ganz aus eigenem an eine Reise nicht denken Auf der anderen Seite widerstrebte es mir und es widerstrebt mir auch heute noch kurz nach einer für mich so bedeutungsvollen Bewilligung mit einer neuen Bitte hervorzutreten In dieser Lage dachte ich an Elsa Herzberger und sprach von dieser Frage mit Arnold Levy Er sagte, es sei ihm ein leichtes mit seiner Tante hiervon zu reden Das muss er inzwischen, ohne dass ich von Elsa Herzbergers Anwesenheit gewusst hätte, getan haben Vielleicht auf eine nicht ganz gemäße Weise Denn es entsprach weder meinen Absichten noch meinen Anstalten In Arnold Levy den Eindruck zu erwecken, meine Lage sei die gleiche wie im Vorjahre Ich habe ihm vielmehr gesagt, dass ein fühlbarer Wandel eingetreten sei Ich fürchte, dass er es für richtig gehalten hat, Elsa Herzberger die Dinge etwas pittoresk darzustellen Es tut mir leid, dass ich Elsa Herzberger noch nicht gesehen habe Ich hoffe, ohne selbst die Initiative dazu übernehmen zu können, dass das baldigst der Fall sein wird Ich hoffe das, um ihr von ihrer und meiner Freundschaft das unverstellte Bild wiederzugeben Ich hoffe es außerdem, um meine Erholung möglich zu machen, die freilich durch die Trübung irgendwelcher uns persönlich betreffender Verhältnisse zu teuer erkauft wäre Aber brauchen Sie eine Versicherung, dass ich an der Solidarität festhalte, die Sie mir gerade in der letzten Zeit so tief bewährt haben Ein näheres Eingehen auf Ihren großen Brief über die kunsttheoretische Arbeit möchte ich zurückstellen Nämlich bis zu unserer hoffentlich bevorstehenden Begegnung Im Übrigen verspreche ich mir von ihr erste Einblicke in ihre Kritik der Phänomenologie Die gesellschaftliche Kritik der Logik ist ein vollkommen neues und passionierendes Unternehmen Ich habe in der letzten Zeit eine Arbeit über Nikolai Leskow geschrieben, die, ohne im Entferntesten die Tragweite der kunsttheoretischen zu beanspruchen Einige Parallelen zu dem Verfall der Aura, in dem Umstande aufweist, dass es mit der Kunst des Erzählens zu Ende geht Nehmen Sie zum Schluss die alten herzlichen Grüße von Ihrem Walter Benjamin 4. Juni 1936, Paris, 14. Arrondissement, Rue Benard Horkheimer hatte schon 1934 bei Benjamin einen Aufsatz über Eduard Fuchs, den großen Sittenhistoriker, in Auftrag gegeben Eduard Fuchs lebt in der Migration in Paris und Horkheimer wollte mit diesem Aufsatz seine Rolle in dieser Sparte, wenn man so sagen kann, der Kulturgeschichte ein bisschen betonen Und ihm auch einen Freundschaftsdienst damit erweisen Benjamin nahte diesen Auftrag erst sehr spät Es hat dort wohl einige Widerstände gegeben In den Briefen an Adorno schreibt er auch gelegentlich, dass ihm dieser Gegenstand nicht der nächste sei Benjamin schrieb diesen Aufsatz dann 1937 Und es ist sicher eines der gelungenen Werke Benjamin's Der Aufsatz vereinigt etliche Motive, die in den letzten Jahren Benjamin's theoretisch eine große Rolle gespielt haben Oxford, 20. April 1937 Lieber Walter, nach einer zweitägigen, in jeder Hinsicht ungemeiner freudlichen Autoreise bin ich gestern Abend schon hier eingetroffen Jetzt aber im Begriff, für ein paar Tage nach London zu fahren, wo ich einige recht wichtige Dinge zu erledigen habe In Deutschland ist wieder alles denkbar glatt verlaufen Weder bei der Ein- noch bei der Ausreise auch nur Gepäckrevision Hier fand ich zwei Briefe von Max vor und bin besonders froh zu sehen, wie sehr er von dem Fuchs angetan ist Ich werde den Anlass nicht vorübergehen lassen Was den Jung anlangt, schreibt er von Bedenken Er hätte lieber sogleich das Baudelaire-Kapitel Ich möchte aber aus allen möglichen Gründen Solchen, die das Institut betreffen, so gut wie vor allem auch im Interesse der Passagenarbeit selber Diese Idee nicht leichten Herzens aufgeben Ich schreibe ihm nochmals deswegen und halte sie natürlich auf dem Laufenden Der Zeitpunkt der amerikanischen Reise ist nun für Mitte Juni fixiert Ich denke vorher aber auf jeden Fall nach Paris zu kommen Vielleicht mit Gretel zusammen Diese wird mich vorher hier besuchen Die knappen 14 Tage Erholung haben mir recht gut getan Von diesen Tagen und etwa von unserem Besuch des Nürnberger Reichsparteitaggeländes wäre manches zu erzählen Sie hoffe ich wohl auf und bei der Arbeit Die meine hat eine gewisse Umdisposition erfahren Ich schreibe nun doch zuerst die englische Dissertationsfassung meines Buches Auf Deutsch wahrscheinlich nur die definitive Fassung des Schlusskapitels Oder deren Äquivalent, die wir unter dem Titel »Kritik der transzendentalen Subjektivität« in der Zeitschrift erscheinen lassen wollen Alles Herzliche von Ihrem alten Teddy Paris 15.06.1937 Lieber Teddy Ich schreibe dies einen Tag nach Ihrer Ankunft in New York Gern denke ich mir, dass Ihre Überfahrt Ihnen in schöner Erinnerung steht Und die seitherigen New Yorker Tage haben sich hoffentlich erfreulich ihr angeschlossen Sie werden, wenn dies in Ihre Hände gelangt, mit Max schon von mir gesprochen haben Max und Pollock sind sich darüber klar, dass die 1500 Francs Das Existenzminimum für den Nicht-Erreichen, der vor den Aufgaben steht Vor welche das Institut mich zu stellen, zu meinem Glück gewillt ist Die in ihr liegende Anerkennung dieser wirtschaftlich augenfälligen Tatsache lässt mich die Beihilfe besonders dankbar entgegennehmen Ich will weiterhin nicht aus den Augen verlieren, dass eine Regularisierung meiner Situation auf Grundlage des französischen Frankens vorzunehmen mir im Augenblick vielleicht nur sehr bedingt wünschbar sein kann Seit Sie Paris verlassen haben, ist merkliche Unsicherheit über die Entwicklung des französischen Franken entstanden Bleibt er selbst stabil, so scheinen die Preise ihrerseits es nicht bleiben zu können Erinnern Sie, lieber Teddy, was ich Ihnen in der Hall des Litre gesagt habe Sie haben es nicht nötig, Ihre Solidarität mit mir zu beweisen Dass wir das wissen, und dass hier der eine von dem Wissen des anderen weiß ist von höchstem Wert jetzt, da es sich herausstellt welch ganz besonderes Gewicht Ihrem Worte in meiner Sache zufällt Pollocks Brief, der geschrieben war, ehe Sie dieses Wort einsetzen konnten gewährt mir einen gewissen Spielraum eben damit, aber vielleicht Ihrem Wort eine Chance auf tiefere Resonanz Lassen Sie mich mit dieser Hoffnung schließen, in die ich sehr herzliche Wünsche für Sie verflechte Ihr Walter 15. Juni 1937 Paris 14. Arrondissement Rue Benard Barbison Plaza Hotel 101 West, 58. Straße Central Park South, New York 17. Juni 1937 Lieber Walter, dies ist nur Ihnen zu sagen, dass Ihre Dinge gut stehen Ich kann Ihnen noch keinen endgültigen Bescheid geben, aber die Entwicklung scheint eben die, welche ich vermutete Das betrifft vor allem die Hierarchie der drei in Rede stehenden Mitarbeiter Für die beiden anderen ist wenig zu hoffen Umso positiver ist die Stimmung für Sie Auch meine Sache ist befriedigend Ich bleibe wohl, vertraulich, noch ein oder zwei Jahre in Europa, um die Leitung der dortigen Institutsangelegenheiten zu übernehmen Mit diesem Arrangement dürfte uns allen gedient sein Die Fahrt war angenehm, noch mehr ist es der Aufenthalt Er ist freilich äußerst anstrengend, ein Unmaß an Arbeit, daher die Kürze Ich fahre dann am 30. mit der Normandie zurück Nach Deutschland dürfte ich kaum mehr kommen Sehr herzlich, Ihr Teddy Boulogne-sur-Seine, 17.11.1937 Lieber Teddy, vorgestern habe ich einen Mietvertrag abgeschlossen, durch den ich vielleicht schon Ende des Jahres, spätestens am 15. Januar, zu einer Wohnung komme Dadurch ändern sich meine Dispositionen, eine Reise nach Dänemark wird sich für die kurze Zwischenzeit nicht mehr lohnen Nicht ganz so stünde es mit meinem Kommen nach London Jedenfalls muss ich mein gegenwärtiges Logis Ende dieses oder Anfang des nächsten Monats räumen Else Herzberger kündigt mir ihre Rückkehr an Ich wäre darüber schwerer zu trösten, wenn der unsägliche Krach, der mich von morgens bis mitternacht hier umbraust, meine Arbeitsfähigkeit nicht empfindlich eingeschränkt hätte Ich war durchaus auf die Bibliothek National angewiesen, wo ich die Durchsicht der Baudelaire-Literatur mehr oder weniger weit fördern konnte Welche sind eure Dispositionen für den Dezember? Lasst sie mich wissen, sobald ihr könnt Ihnen und Felicitas alles Herzliche Ihr Walter 17. November 1937 Boulogne, Seine Nachdem sich Adornos Übersiedlungspläne nach New York beschleunigt hatten, konnte er nun auch endlich den alten Wunsch von Grittel K plus erfüllen, nämlich geheiratet zu werden Grittel K plus kam im Sommer 1937 aus Berlin nach Oxford und am 9. September 1937 heiratete sie Adorno und von nun an wird sie nur noch als Grittel Adorno auftauchen Trauzeugen waren Horkhammer und ein Freund Adornos aus Oxford Redworth OP Man darf sich vorstellen, dass Benjamin die Nachricht von der bevorstehenden Abreise von Adornos mit Schrecken aufgenommen hat Und er hat in einem Brief geschrieben, es gibt doch in Europa Positionen zu verteidigen Das mag auch erklären, warum Benjamin einer Übersiedlung, die schon 1934 vage im Gespräch war, immer mit sehr großem Abstand begegnet ist Bevor Adornos Mitte Februar 1938 nach Amerika reisten, fuhren sie noch einmal nach Sanremo über die Weihnachtstage Wo seit etlichen Jahren die ehemalige Frau Benjamins, Dora Sophie, eine Pension erst leitete und dann sogar besaß In dieser Pension hat Benjamin in schwierigen finanziellen Situationen in den Jahren 1934 immer wieder mal für Wochen Logis nehmen können Und in diesem Aufenthalt, wenn Adorno und Gretel Adorno und Benjamin gemeinsam in Sanremo waren, haben sie zwei entscheidende Projekte besprochen Das eine war das Buch von Adorno über Wagner und das zweite war der Aufsatz von Benjamin über Baudelaire Dieser war von Max Horkheimer erbeten worden Daraufhin hat Benjamin einen kleinen Schwenker gemacht Er hat nämlich das Paris-Buch etwas zurückgestellt und geplant Ein Buch über Charles Baudelaire, ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus Vor die Passagenarbeit, aber sozusagen als ein Modell zu dieser Passagenarbeit zu schreiben Und diese Diskussion, über die wir leider nichts weiter wissen, es gibt keine Notizen darüber Spielen dann in den letzten Jahren bis 1940 zwischen Adorno und Benjamin doch sehr eine große Rolle Die berühmten Sanremeser Gespräche London, 27. November 1937 Lieber Walter, die Verzögerung meiner Antwort hat den Grund, dass diese unmöglich Ihnen verschweigen kann Was ich mitzuteilen nicht über mich vermocht hätte Ehe es nicht den höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit gewann Unsere Übersiedlung nach Amerika ist hingegen aller Erwartungen in unmittelbare Nähe gerückt Es hat sich eine Kombination zwischen dem Institut und Princeton University ergeben Die die unmittelbare Kollaboration mit Max bedeutet Das Institut ökonomisch entlastet und zugleich uns gewisse Garantien bietet Sie werden mir glauben, dass es sehr zwingende und reale Gründe sind Die Max zu dem Vorschlag und mich zu dessen Annahme bestimmten Ich bin mir vollständig bewusst, was die Aufgabe der europäischen Position im doppelten Sinn bedeutet Sie wissen, dass dabei der Gedanke an Sie an erster Stelle steht Und es ist nur zur Bekräftigung des Ernstes der Motivation, wenn ich dem hinzufüge Dass ich durchaus damit rechnen muss, meine Mutter nicht wiederzusehen, wenn ich nach Amerika gehe Sie können sich denken, wie mir dabei zumute ist Zum Trost trägt bei, allein die Aussicht, die hoffentlich entscheidenden Arbeiten zum dialektischen Materialismus Mit Max gemeinsam in Angriff nehmen zu können Und die wachsende Unerträglichkeit der Lebensbedingungen in England Besonders für Gretel, die, so hoffe ich, in Amerika endlich sich physisch erholen wird Augenblicklich ist denn alles in der Schwebe Wir haben unsere Wohnung nicht beziehen können und den Möbeltransport aufgehalten Leben immer noch in unseren, für die Dauer wenig erquicklichen, zwei Zimmern Die entscheidende Besprechung mit dem amerikanischen Konsul, deren Ausgang mir im Übrigen noch keineswegs gewiss ist Findet am 13. Dezember statt Mit unserer Abreise nach Amerika ist wohl kaum früher als Anfang Januar zu rechnen Dass wir uns vorher sehen, halte ich für selbstverständlich Wo es aber sein wird, ob in London oder Paris, bin ich im Augenblick völlig unfähig zu übersehen Es hängt das ja wohl auch teilweise von den New Yorker-Dispositionen ab Dass ich Ihnen deshalb raschestens Bescheid gebe, sobald die Situation auch nur einigermaßen geklärt ist, versteht Sie von selbst Auf jeden Fall wüsste ich gern, ob die Regelung Ihrer ökonomischen Dinge nun so weit gediehen ist, dass sie als ein Definitivum gelten kann Vor allem auch, ob Ihr Gehalt in Dollar vereinbart ist Fassen Sie es nicht als Indiskretion, sondern einzig als Ausdruck meiner Besorgtheit auf Eine Besorgtheit, die durch einen Passus in Ihrem großen Brief ausgelöst wurde, wenn ich Sie frage, wie groß der vereinbarte Betrag ist Diese Frage gilt nur unter der Bedingung, dass sie Ihnen psychologisch kein Opfer zumutet Und unter der weiteren, dass Ihnen Pollock nicht ein absolutes Schweigeverbot auflegte, so wie er es mit mir tat In diesem Fall bete ich Sie jedoch, mir möglichst genaue Direktiven zu geben, was die weitere Behandlung der Angelegenheit anlangt Dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen auch nur eine entfernte weitere Chance für Sohn Retel, Krakauer, das Buch über Massenkunst und alle verwandten Projekte besteht, halte ich für ausgeschlossen Umso bestimmter aber, glaube ich, in Ihrem Fall, als dem nun wirklich einzigen, insistieren zu können Dabei denke ich nun allerdings auch daran, Sie ebenfalls möglichst rasch nach Amerika zu bringen Die sachliche Notwendigkeit, dass wir auch in räumlicher Nähe zusammenarbeiten Eine Notwendigkeit, in die ich Max einschließe, bestimmt mich dabei ebenso wie die Überzeugung von der Unvermeidlichkeit eines Krieges in einer verhältnismäßig kurzen Frist Es scheint mir, dass wirklich aus der Verstrickung der europäischen Dinge kein Ausweg bleibt als die Katastrophe Und fast möchte ich diesen gegenüber der Katastrophe in Permanenz in der Tat für einen Ausweg halten Diese Erwägungen scheinen mir selbst die sehr dringlichen zu überflügeln, die Sie anmeldeten Was nämlich die Verteidigung des verlorenen europäischen Postens anlangt Es mag uns dabei zum ironischen Troste gereichen, dass der Posten, den wir zu beziehen haben, überall und unter allen Umständen ein Verlorener sein wird Ich kann mir in allem Ernst kaum mehr eine andere Beziehung von uns zu Europa vorstellen als die jener ehrenburgischen Reisegesellschaft, die die Trümmerstädte durchstöbert Und damit möchte ich nichts Optimistisches über ein Amerika gesagt haben in dem offenbar die Krisenwellen sich aufs Beängstigende verkürzen Die zu Dezennien ausgewalzte Katastrophe ist in allem Ernst das vollkommenste Traumbild der Hölle das die Menschheit bis heute zustande gebracht hat Gretel geht es gesundheitlich sehr wenig gut Sie ist den englischen Lebensbedingungen im Allgemeinen und den unserer improvisierten Existenz im Besonderen somatisch einfach nicht gewachsen Es wäre das Einfachste, die Zelte hier abzubrechen und sich an einen friedlicheren Ort zu setzen Aber eben dies scheint mit Rücksicht auf die amerikanischen Konsulatsverhandlungen nicht möglich zu sein und auch die telegrafische Korrespondenz mit New York erschwert technisch das Reisen Immerhin, ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass wir 14 Tage an die Riviera gehen können Und das würde bedeuten, dass man sich wohl in Paris trifft Alles Liebe von uns beiden, schreiben Sie uns bald ein Wort In steter Freundschaft, Ihr Teddy Schofsbustrand Daher der Verzug dieser Zeilen Gestern habe ich die mehreren hundert hier befindlichen Bücher für den Transport nach Paris klar gemacht Ich habe nun aber mehr und mehr das Gefühl, dass dieser Bestimmungsort für Sie, wie für mich, zu einer Umladestation wird werden müssen Wie lange die Luft in Europa Materialiter noch zu atmen sein wird, weiß ich nicht Spiritualiter ist es nach den Vorgängen der letzten Wochen schon jetzt der Fall nicht mehr Vielleicht kommt die Feststellung mich nicht an, aber sie lässt sich wohl nicht mehr umgehen So viel dürfte sich unwidersprüchlich herausgestellt haben Dass Russland sich die Extremität Europa hat amputieren lassen Was Hitlers Zusage, die europäischen Territorialansprüche seien bereinigt Und die Kolonialen könnten keinerlei Kriegsfallbedingen angeht So deute ich, so sie, dass die Kolonialen den Kriegsfall für Mussolini bedeuten werden Ich erwarte, dass das von einer großen Zahl, wenn nicht einer Mehrheit von Italienern bewohnte Tunis Den nächsten Verhandlungsgegenstand abgibt Wie sehr ich meiner Frau und vor allem Stefans wegen in den letzten Wochen beunruhigt gewesen bin Könnt ihr euch leicht denken Zurzeit braucht man, wie ich seit kurzem weiß, Schlimmstes nicht zu befürchten Stefan ist in England Meine Frau wird versuchen, das Unternehmen ohne allzu fühlbaren Verlust zu zedieren Um das Manuskript des Baudelaire herstellen zu lassen, bin ich zehn Tage in Kopenhagen gewesen Es war der herrlichste Spätsommer, der sich denken lässt Ich sah aber von der Stadt, die ich besonders liebe, diesmal nicht mehr Als was auf dem Wege von meinem Schreibtisch zum Radioapparat im Gesellschaftszimmer lag Nun beginnt hier der Herbst mit den schwersten Stürmen Ich fahre am kommenden Sonnabend über eine Woche, wenn nichts Unerwartetes eintritt, zurück Je natürlicher und je spannungsloser mein Umgang mit Brecht im vergangenen Sommer gewesen ist Desto weniger unbekümmert lasse ich ihn diesmal zurück Denn ich bin befugt in dieser Kommunikation, die diesmal weit weniger problematisch war Als ich es gewohnt war, einen Index seiner wachsenden Isolierung zu sehen Ich will die banalere Deutung der Tatsache, dass diese Isolierung ihm das Vergnügen an gewissen provokatorischen Finden Zu denen er im Gespräch neigte, herabmindere, nicht ganz ausschließen Authentischer ist aber die, in jener wachsenden Isolierung die Folge der Treue zu dem zu erkennen, was uns gemeinsam ist Unter den Lebensumständen, die die seinen geworden sind, wird er von dieser Vereinsamung während eines Svendborger Winters gewissermaßen Auge in Auge herausgefordert Ich nehme an, Sie werden, wenn dieser Brief kommt, den zweiten Teil des Baudelaire schon gelesen haben Es war ein Wettrennen mit dem Krieg, und ich empfand aller würgenden Angst zum Trotz Ein Gefühl des Triumphes am Tage, da ich den seit fast fünfzehn Jahren geplanten Flaneur Vor dem Weltuntergang unter Dach und Fach, das Gebrechliche eines Manuskripts, gebracht hatte Max wird Ihnen gewiss aus meinem eingehenden Begleitbrief Die Bemerkungen über das Verhältnis des Baudelaire zum Plan der Passagen mitgeteilt haben Entscheidend ist, wie ich es ihm formulierte, dass ein Baudelaire-Essay, der seine Zuständigkeit zum Problembereich der Passagen nicht verleugnete Nur als Teil eines Baudelaire-Buches verfasst werden konnte Was Sie aus unseren Gesprächen in Sanremo über das Buch wissen, erlaubt Ihnen per Contrarium Sich von der Funktion des nun vorliegenden zweiten Teiles ein ziemlich genaues Bild zu machen Sie werden gesehen haben, dass die entscheidenden Motive, das Neue und immer Gleiche, die Mode, die ewige Wiederkehr, die Sterne, der Jugendstil Zwar angeschlagen sind, aber von Ihnen keines abgehandelt wurde Die augenfällige Konvergenz der Grundgedanken mit dem Passagenplan zu erweisen, ist Sache des dritten Teils Von Ihrer eigenen Hand habe ich noch wenig empfangen, seit Sie die neue Wohnung bezogen haben Ich hoffe auf eine ausführliche Nachricht von Ihnen, sobald Sie den Baudelaire gelesen haben En attendant werfe ich hin und wieder einen Blick auf den bei Brechts Sohn aufgespannten Stadtplan New Yorks Und spaziere die lange Straße am Hudson, an der euer Haus liegt, auf und ab Seid auf das Herzlichste gegrüßt, von eurem Walter 4. Oktober 1938, Skoffsbostrand, per Svenborg Benjamins Baudelaire-Aufsatz, der ihn fast das ganze Jahr 1938 beschäftigt hat Das war ein Auftrag, den er von Max Haukheim erhalten hat Und dieser Aufsatz sollte in der Zeitschrift für Sozialforschung erscheinen Benjamin hat die Niederschrift dieses Aufsatzes vor allen Dingen im Sommer bei seinem Aufenthalt in Brechts Nähe ins Kausbostrand in Dänemark begonnen und in Kopenhagen mit dem Diktat abgeschlossen Benjamin hat wohl wissend, dass die Erwartungen sowohl von Haukheimer wie von Adorno aufs Höchste gespannt waren Vorsichtig mit der Absendung seines Manuskripts versucht diese Erwartungen ein bisschen zu dämpfen Anfang Oktober schreibt er an Haukheimer Wie Sie wissen, war der Baudelaire ursprünglich als ein Kapitel der Passagen geplant und zwar als das vorletzte So war er aber vor Abfassung der Vorangehenden für mich wieder zu schreiben noch wäre er so geschrieben ohne die Vorangehenden verständlich gewesen Ich habe mich dann selbst lange Zeit mit der Vorstellung hingehalten der Baudelaire könne, wenn schon nicht als ein Kapitel der Passagen so doch als ein ausgedehnter Essay vom Maximalumfang der in der Zeitschrift publizierbaren geschrieben werden Erst im Laufe des Sommers erkannte ich, dass ein Baudelaire-Essay von bescheidenerem Umfang der seine Zuständigkeit zum Passagenentwurf nicht verleugnete nur als Teil eines Baudelaire-Buches zustande kommen könne New York, 10. November 1938 Lieber Walter, die Verspätung dieses Briefes erhebt drohende Anklage gegen mich und gegen uns alle Vielleicht ist dieser Anklage aber ein Gräntchen Verteidigung schon beigesellt denn es versteht sich fast von selbst, dass die Verzögerung der Antwort auf ihren Baudelaire um einen vollen Monat nicht auf Lässigkeit zurückgehen kann Die Gründe sind ausschließend sachlicher Art Sie betreffen unser aller Stellung zu dem Manuskript und bei meinem Engagement in der Frage der Passagenarbeit darf ich wohl ohne Unbescheidenheit sagen, meine im Besonderen Ich habe dem Eintreffen des Baudelaire mit der äußersten Spannung entgegengesehen und ihn buchstäblich verschlungen Ich bin voller Bewunderung dafür, dass sie es vermocht haben die Arbeit bis zum Termin fertigzustellen Und diese Bewunderung ist es, die es mir besonders erschwert von dem zu reden was sich zwischen meine leidenschaftliche Erwartung und den Text gestellt hat Ihren Gedanken im Baudelaire ein Modell zu den Passagen zu stellen habe ich ungemein schwer genommen und bin dem satanischen Schauplatz nicht viel anders genaht als Faust den Phantasmagorien des Brokkens wenn er meint, dass sich nun manches Rätsel lösen wird Ist es verzeihlich, wenn ich die Replik Mephistus doch manches Rätsel knüpft sich neu mir selber habe geben müssen? Können Sie verstehen, dass die Lektüre der Abhandlung von deren Kapiteln eines der Flaneur und eines gar die Moderne heißt eine gewisse Enttäuschung in mir produzierte? Diese Enttäuschung hat ihren Grund wesentlich darin dass die Arbeit in den mir bekannten Teilen nicht sowohl ein Modell zu den Passagen darstellt als ein Präludium Es werden die Motive versammelt, aber nicht durchgeführt Sie haben in Ihrem Begleitbrief an Max dies als ihre ausdrückliche Absicht dargestellt und ich verkenne nicht die asketische Disziplin die sie walten ließen, um die entscheidenden theoretischen Antworten der Fragen aller Orten auszusparen und wohl gar die Fragen selber nur für den Eingeweihten sichtbar werden zu lassen Aber ich möchte fragen, ob solche Askese diesem Gegenstand gegenüber und in einem Zusammenhang von so gebietender innerer Prätention sich durchhalten lässt Als ein treuer Kenner ihrer Schriften weiß ich sehr wohl dass es an Präzedenzfällen für ihre Verfahrungsweise in ihrem Oeuvre nicht fehlt Ich erinnere mich etwa an die Aufsätze über Proust und über den Surrealismus in der literarischen Welt kann aber diese Verfahrungsweise auf den Komplex der Passagen übertragen werden Panorama und Spur Flaneur und Passagen Moderne und immer Gleiches ohne theoretische Interpretation Ist das ein Material das geduldig auf Deutung warten kann ohne dass es von der eigenen Aura verzehrt würde? Verschwört sich nicht vielmehr der pragmatische Gehalt jener Gegenstände wenn er isoliert wird in einer fast dämonischen Weise gegen die Möglichkeit seiner Deutung? Sie haben während der unvergesslichen Gespräche in Königstein einmal gesagt dass jeder der Gedanken der Passagen eigentlich einem Bereich entrissen werden müsste in dem der Wahnsinn regiert Es nimmt mich Wunder ob solchen Gedanken die Vermauerung hinter undurchdringlichen Stoffschichten so förderlich ist wie ihre asketische Disziplin es ihnen zumutet In ihrem gegenwärtigen Text werden die Passagen eingeführt mit dem Hinweis auf die Schmalheit der Trottoirs die dem Flaneur auf den Straßen hinderlich sei Diese pragmatische Einführung scheint mir die Objektivität der Phantasmagorie bei der ich schon zur Zeit der Hornberger Korrespondenz so dickköpfig beharrte ebenso zu präjudizieren wie etwa die Ansätze des ersten Kapitels die Phantasmagorie auf Verhaltensweisen der literarischen Bohem zu reduzieren Fürchten Sie nicht ich möchte etwa dem das Wort reden dass in Ihrer Arbeit die Phantasmagorie unvermittelt überlebe oder dass die Arbeit gar selber phantasmagorischen Charakter annehme aber die Liquidation kann in ihrer wahren Tiefe nur dann gelingen wenn die Phantasmagorie als objektiv geschichtsphilosophische Kategorie und nicht als Ansicht von Sozialkarakteren geleistet wird Genau an dieser Stelle scheidet sich Ihre Konzeption von allem was sonst wohl an das 19. Jahrhundert sich herantraut Die Einlösung Ihres Postulats lässt sich aber nicht ad calendas grecas vertagen und durch eine harmlose Darstellung der Sachverhalte vorbereiten Das ist mein Einwand Wenn im dritten Teil um die alte Formulierung aufzunehmen anstelle der Urgeschichte des 19. Jahrhunderts die Urgeschichte im 19. Jahrhundert tritt so ist das nur ein anderer Ausdruck für den gleichen Sachverhalt Der Einwand scheint mir nun aber keineswegs bloß die Fragwürdigkeit des Aussparens an einem Gegenstand zu betreffen der gerade durch die Askese gegen die Deutung mir in ein Bereich gerät gegen das die Askese sich richtet wo Historie und Magie oszillieren Vielmehr sehe ich die Momente in denen der Text hinter sein eigenes a priori zurückfällt in enger Beziehung mit seinem Verhältnis zum dialektischen Materialismus und gerade an dieser Stelle spreche ich nicht nur für mich sondern ebenso für Max mit dem ich diese Frage aufs Eingehendste durchgesprochen habe Lassen Sie hier so simpel und hegelisch mich ausdrücken wie nur möglich Täusche ich mich nicht sehr so gebricht es dieser Dialektik an einem der Vermittlung Es herrscht durchwegs eine Tendenz die pragmatischen Inhalte Baudelaire unmittelbar auf benachbarte Züge der Sozialgeschichte seiner Zeit und zwar möglichst solche ökonomische Art zu beziehen Ich denke etwa an die Stelle über die Weinsteuer gewisse Ausführungen über die Barrikaden oder die schon angezogene Stelle über die Passagen die mich besonders problematisch berührt weil gerade hier der Übergang von einer prinzipiellen theoretischen Erwägung über Physiologien zu der konkreten Darstellung des Flaneurs brüchig bleibt Das Gefühl solcher Künstlichkeit zwingt sich mir allemal dort auf wo die Arbeit anstelle der verpflichtenden Aussage die metaphorische setzt Hierher gehört vor allem der Passus über die Verwandlung der Stadt ins Interieur für den Flaneur wo mir eine der mächtigsten Konzeption ihres Werkes als ein bloßes als ob präsentiert düngt In engstem Zusammenhang mit solchen materialistischen Exkursen bei denen man nie ganz die Befürchtung los wird die man um einen Schwimmer hegt der mit mächtiger Gänsehaut ins kalte Wasser sich stürzt gehört der Appell an konkrete Verhaltensweisen wie hier die des Flaneurs oder später die Stelle über das Verhältnis von Sehen und Hören in der Stadt die nicht ganz zufällig ein Zitat von Simmel heranzieht Bei all dem ist mir nicht recht geheuer Fürchten Sie nicht dass ich die naheliegende Gelegenheit benutze mein Steckenpferd zu besteigen Ich begnüge mich damit ihm en passant ein Stück Zucker zu verabfolgen und versuche im Übrigen für meine Abneigung gegen jene besondere Art des Konkreten und dessen behavioristische Züge ihnen den theoretischen Grund anzugeben Der ist aber kein anderer als dass ich es für methodisch unglücklich halte einzelne sinnfällige Züge aus dem Bereich des Überbaus materialistisch zu wenden indem man sie zu benachbarten Zügen des Unterbaus unvermittelt und wohl gar kausal in Beziehung setzt Die materialistische Determination kultureller Charaktere ist möglich nur vermittelt durch den Gesamtprozess Mögen immer Baudelaire's Weingedichte motiviert sein durch Weinsteuer und Barriere Die Wiederkehr jener Motive in seinem Oeuvre ist nicht anders zu bestimmen als durch die gesellschaftliche und ökonomische Gesamttendenz des Zeitalters Das heißt im Sinn der Fragestellung ihrer Arbeit sensu strictissimo durch die Analyse der wahren Form in Baudelaire's Epoche Niemand kennt die damit verbundenen Schwierigkeiten besser als ich Das Phantasmagorie-Kapitel des Wagner hat sich fraglos ihnen noch nicht gewachsen gezeigt Die Passagen in ihrer definitiven Gestalt werden sich jener Verpflichtung nicht entziehen können Der unmittelbare Rückschluss von der Weinsteuer auf L'âme du vin schiebt den Phänomenen eben jene Art von Spontaneität Handgreiflichkeit und Dichte zu deren sie im Kapitalismus sich begeben haben In dieser Art des Unmittelbaren fast möchte ich wiederum sagen des anthropologischen Materialismus steckt ein tief romantisches Element und ich spüre es umso deutlicher je krasser und rauer die Baudelaire'sche Formwelt mit der Notdurft des Lebens von ihnen konfrontiert wird Die Vermittlung die ich vermisse und verdeckt finde durch materialistisch-historiografische Beschwörung ist nun aber nichts anderes als eben die Theorie die ihre Arbeit ausspart Das Aussparen der Theorie affiziert die Empirie Es verleiht ihr einen trügend epischen Charakter auf der einen Seite und bringt auf der anderen die Phänomene als eben bloß subjektiv erfahrene um ihr eigentliches geschichtsphilosophisches Gewicht Man kann es auch so ausdrücken Das theologische Motiv die Dinge beim Namen zu nennen schlägt tendenziell um in die staunende Darstellung der bloßen Faktizität Wollte man sehr drastisch reden so könnte man sagen die Arbeit sei am Kreuzweg von Magie und Positivismus angesiedelt Diese Stelle ist verhext Nur die Theorie vermöchte den Bann zu brechen Ihre eigene die rücksichtslose gut spekulative Theorie Es ist deren Anliegen allein dass ich gegen sie anmelde Verzeihen Sie wenn ich dabei auf einen Gegenstand komme der mir nach den Erfahrungen des Wagner ganz besonders angelegen sein muss Es handelt sich um den Lumpensammler Dessen Bestimmung als der unteren Grenzfigur der Armut scheint mir schlechterdings nicht einzulösen was das Wort Lumpensammler verspricht wenn es in einem ihrer Texte auftritt Nichts ist darin vom Hündischen Nichts vom übergeworfenen Sack Nichts von der Stimme wie sie noch etwa in Charpentiers-Louise gewissermaßen die schwarze Lichtquelle einer ganzen Oper abgibt Nichts vom Kometenschweif der johlenden Kinder hinter dem Alten Wenn ich mich einmal in die Region der Passagen wagen darf Am Lumpensammler hätte der Einstand von Kloake und Katakombe theoretisch entziffert werden müssen Ist meine Annahme jedoch übertrieben dass dieser Mangel damit zusammenhängt dass die kapitalistische Funktion des Lumpensammlers nämlich noch den Bettel dem Tauschwehr zu unterwerfen nicht artikuliert wird? An dieser Stelle nimmt die Askese der Arbeitszüge an die Savonarolas würdig wären Denn die Reprise des Lumpensammlers im Baudelaire-Zitat des dritten Teils kommt diesem Zusammenhang zum Greifen nah Was muss es sie gekostet haben ihn nicht zu greifen? Damit meine ich an das Zentrum zu rühren Die Wirkung die von der ganzen Arbeit ausgeht und die sie keineswegs bloß auf mich und meine Passagen orthodoxie gemacht hat ist die dass sie sich darin Gewalt angetan haben Ihre Solidarität mit dem Institut über die keiner froher sein kann als ich es bin hat sie dazu bewogen dem Marxismus Tribute zu zollen die weder diesem noch ihnen Recht anschlagen dem Marxismus nicht da die Vermittlung durch den gesellschaftlichen Gesamtprozess ausfällt und der materiellen Enumeration abergläubisch fast eine Macht der Erhellung zugeschrieben wird die niemals dem pragmatischen Hinweis sondern allein der theoretischen Konstruktion vorbehalten ist ihrer eigentümlichsten Substanz nicht indem sie sich ihre kühnsten und fruchtbarsten Gedanken unter einer Art Vorzensur nach materialistischen Kategorien die keineswegs mit den marxistischen Koinzidieren verboten haben wäre es auch bloß in der Form jener Vertragung Ich spreche nun nicht für meine inkompetente Person sondern ebenso sehr für Horkheimer und für die anderen wenn ich sage dass nach unserer aller Überzeugung es nicht bloß ihrer Produktion am günstigsten ist wenn sie ohne solche Rücksichten ihre Konzeptionen durchführen sondern dass es auch der Sache des dialektischen Materialismus und dem vom Institut vertretenen theoretischen Interessen am förderlichsten ist wenn sie sich ihren spezifischen Einsichten und Folgerungen überlassen ohne sie mit Ingredienzchen zu versetzen die zu schlucken ihnen offensichtlich so großes Unbehagen bereitet dass ich an ihren Segen nicht recht glauben kann es gibt in Gottes Namen nur die eine Wahrheit und wenn ihre Denkkraft sich dieser einen Wahrheit selbst in Kategorien bemächtigt die ihnen nach ihrer Vorstellung vom Materialismus Apokryph dünken mögen so werden sie von dieser einen Wahrheit mehr heimbringen als wenn sie sich einer Denkarmatur bedienen gegen deren Griffe ihre Hand sich ohne Unterlass sträubt schließlich steht auch in Nietzsches Genealogie der Moral mehr von der einen Wahrheit als in Bucharins ABC des Kommunismus sie können zu uns hier das Vertrauen haben dass wir bereit sind die extremsten Vorstöße ihrer Theorie zu den Unsern zu machen aber wir haben ebenso das Vertrauen dass sie diese Vorstöße auch tatsächlich machen Gretel hat einmal im Scherz gesagt dass sie die Höhlentiefe ihrer Passagen bewohnten und darum vorm Abschluss der Arbeit zurückschreckten weil sie fürchteten den Bau dann verlassen zu müssen lassen sie uns sie dazu ermuntern uns doch Zugang zum Allerheiligsten zu verschaffen ich glaube sie brauchen weder um die Stabilität des Gehäuses besorgt zu sein noch dessen Profanierung zu fürchten was nun das Schicksal der Arbeit anlangt so hat sich eine recht sonderbare Situation ergeben bei der ich mich etwa zu verhalten hatte wie der Sänger des Liedes Es geht bei gedämpfter Trommelklang eine Publikation im gegenwärtigen Heft der Zeitschrift schied aus weil die wochenlangen Diskussionen über ihre Arbeit den Drucktermin ins Unerträgliche hinaus gezögert hätten es bestand nun der Plan das zweite Kapitel in Extenso und das dritte zum Teil abzudrucken Besonders Leo Löwenthal hat das nachdrücklich vertreten Ich selber bin unzweideutig dagegen und freilich nun nicht aus redaktionellen Rücksichten sondern um ihrer selbst und des Baudelaire Willen Die Arbeit repräsentiert sie nicht so wie gerade diese Arbeit sie repräsentieren muss Da ich aber der festen und völlig unbeirrten Überzeugung bin dass es ihnen möglich sein wird ein Baudelaire Manuskript von völliger Durchschlagskraft herzustellen so möchte ich sie aufs inständigste bitten auf die Publikation der gegenwärtigen Fassung zu verzichten und jene andere zu schreiben Ob diese eine neue Formstruktur haben müsste oder sich wesentlich mit dem ausstehenden Schlussteil ihres Baudelaire Buches decken könnte ist meiner Mutmaßung entzogen Darüber können allein sie selber entscheiden Ausdrücklich möchte ich sagen dass es sich hier um eine Bitte von mir handelt und nicht um einen Redaktionsbeschluss oder eine Ablehnung Von meinen eigenen Dingen will ich Ihnen erst im nächsten Brief ausführlich berichten Die Publikation des Husserl ist nochmals verschoben Max bat mich sofort nach seiner Rückkehr Mitte September stattdessen einen lang gehegten Plan auszuführen und die Abhandlung über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens zu schreiben Ich habe das Manuskript drei Tage bevor das Ihre Eintraf abgeschlossen Unterdessen ist es in Druck gegangen und ich habe Anweisungen gegeben Ihnen eine Fahne davon und ebenso eine meiner Polemik gegen Sibelius zu senden Sicherlich merkt man der Arbeit die Eile der Abfassung an vielleicht aber nicht bloß zum Schlechten Insbesondere bin ich aufs Äußerste gespannt auf Ihre Stellungnahme zu der Theorie dass heute der Tauschwert konsumiert wird Die Spannung die zwischen dieser Theorie besteht und der Iren von der Einfühlung der Warenseele in den Käufer könnte sehr fruchtbar werden Im Übrigen habe ich die Hoffnung hinzuzufügen dass der weit harmlosere Charakter meiner Arbeit es ihnen möglich macht sie erbittlicher zu lesen als ihr Text es mir gestattete Tout entier ihr Teddy diese sagen 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 es ist ja auch eine ganz normale solidarische Geschichte dass Adorno mit Benjamin gemeinsam in der Zeitschrift eine starke Position vertreten wollte sodass er nicht nur als Mitarbeiter des Instituts sondern sozusagen auch als Freund Benjamins versucht manchmal vielleicht zu sehr aber wer will das schon genau entscheiden das was er als gemeinsame Theorie angesehen hat in Benjamins Aufsatz stärker repräsentiert zu sehen daher seine Bitte an Benjamin diesen Baudelaire noch einmal umzuarbeiten damit er ganz den benjaminschen Intentionen gerecht werde nun muss man dazu sagen zu den Gepflogenheiten im Institut gehörte es dass die einzelnen Beiträge zur Zeitschrift von allen Mitarbeitern kritisch gelesen wurden also Kritik Umarbeitung auch Zensur in dem Sinne waren dort ganz normale Erscheinung Adorn und Horkam haben es wechselseitig nicht anders gehalten so dass man da nun kein bösartiges Verfahren unterstellen darf sondern nur feststellen kann dass in Benjamins Situation diese Ablehnung persönlich besonders verletzend gewesen sein durfte er hat es nicht gemocht diese Sache umzuarbeiten er hat es dann aber getan paris 9.12.1938 rue d'on bal 15. arrondissement Lieber die gewonnene frist gab mir die möglich so besonnen als angängig ihre kritik abzuwägen ich bin weit entfernt sie für unfruchtbar geschweige für unverständlich zu halten ich will versuchen nicht grundsätzlich zu ihr zu äußern den leitfaden soll mir ein satz bieten der auf der ersten seite ihres briefes zu finden ist sie schreiben panorama und spur flaneur und passagen moderne und immer gleiches ohne theoretische interpretation ist das ein material das geduldig auf deutung warten kann die begreifliche ungeduld mit der sie das manuskript nach einem bestimmten signal durch musterten hat sie meines erachtens in einigen wichtigen stücken von der sache abgeführt insbesondere mussten sie zu der sie enttäuschenden ansicht vom dritten abschnitt kommen sobald es ihnen einmal entgangen war dass dort nicht an reiche zitiert dieser wichtige schlüsselbegriff vielmehr im vorliegenden teil der arbeit überhaupt nicht verwertet wird da der zitierte satz gewissermaßen ein kompendium ihrer ausstellungen bietet so möchte ich ihn wort für wort durchgehen da ist zunächst die rede vom panorama in meinem text ist sie beiläufig in der tat ist im zusammenhang von baudelaires oeuvre die panoramatische auffassung nicht zuständig da die stelle weder im ersten noch im dritten teil korrespondenzen zu haben bestimmt ist so würde man sie vielleicht am besten streichen das zweite glied ihrer aufzählung ist die spur in in meinem begleitbrief habe ich geschrieben dass die philosophischen grundlagen des buches vom zweiten teil aus nicht überschaubar sind sollte ein begriff wie die spur eine schlagende deutung erfahren so musste er mit aller unbefangenheit in der empirischen Ebene eingeführt werden das konnte noch überzeugender geschehen in der tat war mein erstes nach meiner rückkunft eine wichtige postelle zu meiner konstruktion der detektiv geschichte aus der verwischung beziehungsweise fixierung der spuren des einzelnen in der großstadt menge ausfindig zu machen in dieser schicht aber hat die abhandlung der spur im zweiten teil gerade dann zu verbleiben wenn sie später in den entscheidenden zusammenhängen ihre blitzartige erhellung erfahren soll diese erhellung ist vorgesehen der begriff der spur findet seine philosophische determination in opposition zum begriff es folgt so dann in dem satz dem ich nachgehe der flaneur so gut ich den innersten anteil den sachlichen und auch den persönlichen kenne der ihren einwendungen zugrunde liegt angesichts dieser ihrer fehlanzeige droht mir der Boden unter den füßen weg zu sinken Gott sei Dank gibt es da einen Ast an den ich mich klammern kann und erscheint mir aus gutem Holz es ist der mit dem sie an anderer Stelle auf die fruchtbare Spannung anspielen in der ihre Theorie vom Konsum des Tauschwerts zu meiner von der Einfühlung in die wahren Seele steht auch ich meine dass es sich hier um eine Theorie im strengsten Sinne des Wortes handelt und die Abhandlung über den Flaneur kulminiert in ihr hier ist die Stelle und freilich die einzige in welcher die Theorie in diesem Teile unverstellt zu ihrem Recht gelangt sie bricht als ein einzelner Strahl in eine künstlich verdunkelte Kammer ein dieser Strahl aber ist hinreichend im Prisma zerlegt von der Beschaffenheit des Lichtes einen Begriff zu geben dessen Fokus im dritten Teil des Buches liegt darum löst diese Theorie des Flaneurs auf deren Verbesserungsfähigkeit in einzelnen Punkten ich weiter unten das ein was mir seit langen Jahren als eine Darstellung des Flaneurs vorgeschwebt hat ich stoße weiter auf den Terminus der Passage zu ihm möchte ich umso weniger etwas vorbringen als die abgründige Bonomie seines Gebrauchs ihnen nicht entgangen ist warum sie beanstanden die Passage ist in der Tat wenn mich nicht alles täuscht nicht bestimmt in anderer als dieser verspielten Form in den Zusammenhang des Baudelaire einzugehen sie kommt hier vor wie das Bild der Felsenquelle auf einem Trinkbecher was endlich die Moderne betrifft so ist das wie aus dem Text hervorgeht ein Terminus von Baudelaire selbst Der Der überschriebene Abschnitt durfte nicht über die durch Baudelaires Gebrauch dem Wort vorbezeichneten Schranken hinausführen Sie werden sich indessen aus Sanremo entsinnen dass diese keineswegs endgültig sind Die philosophische Rekognoszierung der Moderne ist dem dritten Teil zugewiesen wo sie unter dem Begriff des Jugendstils angebahnt in der Dialektik des Neuen und Immer Gleichen abgeschlossen wird Wenn ich mich in Sanremo weigerte im Namen eigener produktiver Interessen mir eine esoterische Gedankenentwicklung zu eigen zu machen und insoweit über die Interessen des Dialektischen Materialismus und des Instituts hinweg zur Tagesordnung überzugehen so war da zuletzt nicht allein Solidarität mit dem Institut noch bloße Treue zum Dialektischen Materialismus im Spiel sondern Solidarität mit den Erfahrungen die wir alle in den letzten 15 Jahren gemacht haben Es handelt sich also um eigenste produktive Interessen von mir auch hier Ich will nicht leugnen dass sie den ursprünglichen gelegentlich Gewalt anzutun versuchen können Es liegt ein Antagonismus vor dem enthoben zu sein ich nicht einmal im Traum wünschen könnte Seine Bewältigung macht das Problem der Arbeit aus und dieses ist eins ihrer Konstruktion Ich meine dass die Spekulation ihren notwendig kühnen Flug nur dann mit einiger Aussicht auf Gelingen antritt wenn sie statt die wechselnden Schwingen der Esoterik anzulegen ihre Kraftquelle allein in der Konstruktion sucht Die Konstruktion bedingte es dass der zweite Teil des Buches wesentlich aus philologischer Materie gebildet ist Es handelt sich dabei minder um eine asketische Disziplin als um eine methodische Vorkehrung Übrigens war dieser philologische Teil der einzige der als ein selbstständiger vorweg zu nehmen war ein Umstand der von mir berücksichtigt werden musste Wenn Sie von einer staunenden Darstellung der Faktizität sprechen derisieren Sie die echt philologische Haltung Diese musste nicht allein um ihre Resultate willen sondern eben als solche in die Konstruktion eingesenkt werden In der Tat ist die Indifferenz zwischen Magie und Positivismus wie sie es treffend formulieren zu liquidieren Mit anderen Worten die philologische Interpretation des Autors ist von dialektischen Materialisten auf hegel'sche Art aufzuheben Die Philologie ist diejenige an den Einzelheiten vorrückende Beaugenscheinigung eines Textes die den Leser magisch an ihn fixiert Fausts schwarz auf weiß nach Haus getragen ist und Grimms Andacht zum Kleinen sind eng verwandt sie haben das magische Element gemeinsam das zu exorzieren der Philosophie hier dem Schlussteil vorbehalten ist das Verwundern so schreiben sie in ihrem Kierkegaard meldet die tiefste Einsicht über das Verhältnis von Dialektik Mythos und Bild an es könnte mir vielleicht naheliegen auf diese Stelle mich zu berufen ich will im Gegenteil eine Korrektur zu ihr vorschlagen wie ich es übrigens bei anderer Gelegenheit zu der anschließenden Definition des dialektischen Bildes vorhabe ich meine es sollte heißen das Verwundern sei ein hervorragendes Objekt einer solchen Einsicht der Schein der geschlossenen Faktizität der an der philologischen Untersuchung haftet und den Forscher in den Bann schlägt schwindet in dem gerade in dem der Gegenstand in der historischen Perspektive konstruiert wird die Fluchtlinien dieser Konstruktion laufen in unserer eigenen historischen Erfahrung zusammen damit konstituiert sich der Gegenstand als Monade in der Monade wird alles das lebendig was als Textbefund in mythischer Starre lag es scheint mir darum eine Verkennung des Sachverhalts wenn Sie im Text einen unmittelbaren Rückschluss von der Weinsteuer auf Lame Duvin finden das Jungtim ward vielmehr auf legitime Art im philologischen Zusammenhang hergestellt nicht anders als es entsprechend in der Interpretation eines antiken Schriftstellers zu geschehen hätte es gibt dem Gedicht das spezifische Gewicht das es in der echten Lektüre annimmt die an Baudelaire bisher nicht viel geübt worden ist erst wenn dieses Gewicht an ihm zur Geltung gekommen ist kann das Werk von der Deutung betroffen um nicht zu sagen erschüttert werden diese schließt für das fragliche Gedicht ihres Ortes nicht an Steuerfragen an sondern an die Bedeutung des Rausches für Baudelaire wenn sie an andere meine Arbeiten zurückdenken so werden sie finden dass die Kritik an der Haltung des Philologen bei mir ein altes Anliegen und zu innerst identisch mit der am Mythos ist sie provoziert jeweils die philologische Leistung selbst sie dringt um in der Sprache der Wahlverwandtschaften Arbeit zu reden auf die Herausstellung der Sachgehalte in denen der Wahrheitsgehalt historisch entblättert wird ich verstehe dass diese Seite der Sache für sie zurück trat damit aber auch einige wichtige Interpretationen ich denke nicht nur an solche von Gedichten oder von Prosa Stücken der Mann der Menge sondern vor allem an die Aufschließung des Begriffs der Modernität bei der es mir besonders darauf angekommen ist sie in den philologischen Schranken zu halten die Ankunft ihres Briefes dessen ausbleiben mich wie sie sich denken können mit der Zeit sehr beschäftigt hatte stand bevor als mein Blick eines Tages auf ein Kapitel im Regius fiel unter der Überschrift warten steht darin die meisten Menschen warten jeden Morgen auf einen Brief dass er nicht eintrifft oder eine Absage enthält gilt in der Regel für die welche ohnehin traurig sind das ist eine Anspielung gewesen die Adorno sofort verstanden hat ein Kapitel im Regius das ist ein Aphorismus aus Marx Horkheim aus 1934 erschienenen Buch Dämmerung und der ganze Aphorismus mit dem Titel warten lautet im genauen Verhältnis zur sozialen Hierarchie steht das Warten müssen je weiter oben einer ist umso weniger muss erwarten der Arme wartet vor dem Fabrikbüro auf dem Amt beim Arzt auf dem Bahnsteig er fährt auch mit dem langsameren Zug eine Verschärfung des Wartens ist es wenn man dabei stehen muss die letzte Wagenklasse ist in den Zügen gewöhnlich überfüllt und viele stehen darin Arbeitslose warten den ganzen Tag der Umstand dass jede Minute die ein Generaldirektor bei Bankier warten muss ein schlechtes Zeugnis für seine Kreditfähigkeit ist wird vielfacher erörtert dieses Wissen gehört zur Philosophie des kapitalistischen Geschäftsmannes das Warten das in allen Epochen Lebensmerkmal der beherrschten Klasse war wird in der bürgerlichen Gesellschaft weniger erörtert dieses Wissen gehört nicht zum Geschäft der kapitalistischen Philosophie Die meisten Menschen warten jeden Morgen auf einen Brief das er nicht eintrifft oder eine Absage enthält gilt in der Regel für die welche ohnehin traurig sind Je reicher dagegen der Adressat umso freudigere Überraschungen bringt die Morgenpost es sei denn dass die wirtschaftliche Krise auch hier ran rüttle und ihn in den sozialen Umschichtungsprozess mit Einbezirge Ich war als ich die Stelle aufschlug traurig genug um einen Wink und eine Voranzeige ihres Briefes darin zu finden wenn dann in seinem Inhalt etwas ermutigend für mich war so ist es dass ihre Einwendungen wie immer solidarisch die der Freunde mit ihnen sein mögen nicht als Ablehnung gelten sollen Lassen Sie mich ein offenes Wort anschließen Ich glaube dass es den Baudelaire eher ungünstig prejudizieren würde wenn dieser Text an keinem seiner Teile Zugang zur Zeitschrift fände Einmal hat die Druckgestalt die dem Autor vom Text Abstand gibt darin einen mit nichts zu vergleichenden Wert Hinzu kommt dass der Text in solcher Gestalt der Aussprache zugeführt werden könnte die wie unzulänglich ihre hiesigen Partner immer sein mögen in etwas die Isolierung in der ich arbeite kompensieren könnte Was die oben berufene Traurigkeit angeht so hatte sie von dem genannten Vorgefühl einmal abgesehen hinreichende Gründe Es ist einmal die Lage der Juden in Deutschland gegen die sich keiner von uns abdichten kann Es kommt eine schwere Erkrankung meiner Schwester dazu Bei ihr hat sich im Alter von 37 Jahren eine hereditär bedingte Arterienverkalkung herausgestellt Sie ist fast bewegungs- und damit auch fast erwerbsunfähig Zurzeit hat sie wohl noch ein Miniaturvermögen Die Prognose ist in diesem Alter fast hoffnungslos Von alledem abgesehen ist hier zu atmen auch nicht immer ohne Beklemmung möglich Es ist natürlich dass ich alles daran setze meine Naturalisation zu fördern Die notwendigen Demarschen kosten leider nicht nur viel Zeit sondern auch einiges Geld Der Horizont ist mir im Augenblick also auch von dieser Seite eher verhangen Das beiliegende Fragment eines Briefes an Max vom 17. November 1938 und die beiliegende Nachricht von Brill betreffen eine Angelegenheit an der meine Naturalisation scheitern kann Sie ermessen damit ihre Wichtigkeit Darf ich Sie bitten Sie in die Hand zu nehmen und Max zu bitten unverzüglich am besten wohl telegrafisch Brill Genehmigung zu erteilen unter meine Rezension im nächsten Heft statt meines Namens das Pseudonym Hans Fellner zu setzen Ich komme auf Ihre neue Arbeit und damit auf den besonderen Teil dieses Schreibens Mich betrifft mich betrifft sie sachlich in zwei Beziehungen beide von ihnen angedeutet einmal in den Teilen die gewisse Merkmale der gegenwärtigen akustischen Apperzeption des Jazz in Beziehung zu den von mir beschriebenen optischen des Films setzen Ich vermag Ex Improvisto nicht zu entscheiden ob die verschiedene Verteilung der Licht und Schattenpartien in unseren respektiven Versuchen aus theoretischen Divergenzen hervorgeht Möglicherweise handelt es sich um nur scheinbare Verschiedenheiten der Blickrichtung die in Wahrheit gleich adäquat verschiedene Gegenstände betrifft In meiner Arbeit versuchte ich die positiven Momente so deutlich zu artikulieren wie sie es für die Negativen zu Wege bringen Eine Stärke ihrer Arbeit sehe ich infolgedessen dort wo eine Schwäche der Meinigen lag Ihre Analyse der von der Industrie erzeugten psychologischen Typen und die Darstellung ihrer Erzeugungsweise ist überaus glücklich Wenn ich meinerseits dieser Seite der Sache mehr Aufmerksamkeit zugewandt hätte so hätte meine Arbeit größere historische Plastizität gewonnen Immer mehr stellt sich mir heraus dass die Lancierung des Tonfilms als eine Aktion der Industrie betrachtet werden muss welche bestimmt war das revolutionäre Primat des stummen Films der schwer kontrollierbare und politisch gefährliche Reaktionen begünstigte zu durchbrechen Eine Analyse des Tonfilms würde eine ihre und meine Ansicht im dialektischen Sinne vermittelnde Kritik der heutigen Kunst abgeben Wie immer herzlichst Ihr Walter New York 1. Februar 1939 Lieber Walter Diesmal hat die Verzögerung meines Briefes nichts mit theoretischen Fragen zu tun Sie erklärt sich durch die jüngsten Vorgänge in Deutschland Ich weiß nicht ob Ihnen bekannt ist wie schwer meine Eltern in Mitleidenschaft gezogen sind Es gelang zwar meinen Vater aus dem Gefängnis heraus zu bekommen aber er erhielt bei dem Pogrom eine Verletzung an seinem ohnehin schon leidenden Auge seine Büroräume wurden demoliert und kurze Zeit danach ihm das freie Verfügungsrecht über sein ganzes Vermögen entzogen Auch meine Mutter die 73 Jahre alt ist befand sich zwei Tage in Schutzhaft Als beide dann sich von den furchtbaren Erfahrungen zu erholen begannen wurde mein Vater von einer schweren Lungenentzündung ergriffen deren Krise er zwar überstanden zu haben scheint die ihn aber noch Wochen vielleicht selbst Monate in Deutschland festhalten wird obwohl es uns unterdessen mithilfe amerikanischer Freunde gelungen ist meinen Eltern die Einreiseerlaubnis in Kuba zu erwirken Aber dass wir nach wie vor aufs Äußerste beunruhigt sind solange sie sich noch in dem grauenvollen Lande befinden bedarf keiner Erwähnung und ebenso wenig dass der Versuch ihnen zu helfen mich für viele Wochen völlig absorbiert hat Es kann nun kein Zweifel daran bestehen dass eine neue europäische Krise im Anzug ist und diesmal bin ich des kriegslosen Ausgangs nicht mehr ganz so sicher wie im Herbst Immerhin meine ich dass auch diesmal die größten Chancen bestehen dass die Deutschen alles bekommen was sie wollen selbst wenn sie noch gar nicht genau wissen sollten was sie wollen Obwohl ich mehr als je überzeugt bin dass Deutschland keinen Krieg führen kann scheint mir der entscheidende Gesichtspunkt der dass die englische ruling class aus Furcht vor dem was nach Hitler kommt nichts riskieren kann was auch nur einen Prestigeverlust für Hitler bedeutet Frankreich hat die letzte Spontanität verloren anders anders wären die spanischen Vorgänge nicht zu erklären die Franzosen werden dann wohl die Zeche bezahlen müssen und es wird sich an ihnen in gewisser Weise das Schicksal der Tschechoslowakei wiederholen wobei es immer noch nicht einmal ganz klar ist ob Frankreich eine englische Einflusszone bleibt oder in Form unmittelbarer Faschisierung eine deutsche werden wird Kurzum der in Aussicht stehende Frieden ist kaum weniger beunruhigend als der Krieg während wie gesagt selbst dieser mir nicht so absolut ausgeschlossen scheint wie im Herbst einmal weil die deutschen Forderungen diesmal mit Interessen des britischen Empire kollidieren von denen es den Kapitalisten selbst bei schlechtesten Willen nicht gut möglich sein wird zu abstrahieren dann aber auch weil sie die Einschätzung der inneren Lage in Deutschland zu einer Resistenz bewegen mag die unversehens den Bluff in Ernst verwandeln kann diese Möglichkeit deute ich Ihnen durchaus nur als meine private Meinung an im Institut glaubt man eigentlich weiter an den Frieden um jeden Preis obwohl Max ebenfalls der Ansicht ist dass dieser Preis die gesamte europäische Ordnung sein wird ich möchte sie nicht in eine Panik hineinhetzen aber ich könnte es andererseits nicht verantworten sie nicht davon zu informieren wie ich die Dinge sehe alles Liebe von uns beiden wir schauen auf den Hudson und staunen darüber dass die Eisschollen flussaufwärts treiben immer ihr Teddy als der zweite Weltkrieg ausgebrochen war war das für Benjamin auch ein persönliches Desaster insofern als seine geplante Reise in die USA damit vorerst zunichte wurde diese Reise war gedacht um Kontakte in New York zu knüpfen vor allen Dingen auch Gespräche im Institut zu führen darüber wie Benjamin endgültig nach Amerika übersiedeln könnte und welche Arbeit er in New York machen könnte diese Reise sollte im Sommer 1939 stattfinden und die Einladung bezog sich auf den Aufenthalt in New York der vom Institut finanziell gesichert war Horkheimer bat aber Benjamin seine Überfahrt selbst zu tragen weil das Institut für diese Ausgaben zu der Zeit keine Mittel zur Verfügung hatte Benjamin der außer dem Stipendium keine weiteren Einkünfte hatte bemühte sich darum sein Bild von Klee zu verkaufen und durch den Kriegsausbruch wurden diese Möglichkeiten dann unterbrochen und nicht nur die Besuchsreise nach New York wurde zunichte sondern auch die normale Existenz in Paris Paris 15. Arrondissement Rue d'Ambal den 6. August 1939 Lieber Teddy ich denke Sie mit Felicitas in den Ferien vermutlich werden Ihnen diese Zeilen mit einiger Verspätung zukommen und das wird dem Baudelaire Manuskript das vor einer Woche an Max abging Zeit geben sie einzuholen Seien Sie mir im Übrigen nicht böse wenn diese Zeilen mehr einem Stichwortregister als einem Brief ähnlich sehen sollten Nach der wochenlangen rigorosen Klausur die für die Fertigstellung des Baudelaire Kapitels Bedingung war und unter der Einwirkung des gräulichsten Klimas bin ich ungewöhnlich abgekämpft Aber das soll mich nicht hindern Ihnen und Felicitas zu sagen wie sehr auch ich mich über die Aussicht auf ein Wiedersehen freue Ich darf nicht ganz aus dem Auge verlieren dass zwischen dieser Aussicht und der Verwirklichung noch Schwierigkeiten zu überwinden sein werden Wegen des Verkaufs meines Bildes von Klee habe ich Morgenrot geschrieben Wenn ihr ihn seht vergesst nicht danach zu fragen So wenig das neue Baudelaire Kapitel noch als eine Umarbeitung eines der Ihnen Bekannten gelten kann so merklich wird Ihnen denke ich die Auswirkung unserer Korrespondenz über den Baudelaire vom vorigen Sommer darin geworden sein Vor allem habe ich es mir nicht zweimal sagen lassen wie gern Sie den panoramatischen Überblick über die Stoffkreise für eine genauere Vergegenwärtigung der theoretischen Armaturen in Kauf geben und wie Sie bereit seien die Kletterpartien zu absolvieren die die Besichtigung der höher gelegenen Partien dieser Armatur mit sich bringt Was das oben erwähnte Stichwortregister angeht so besteht es in dem Verzeichnis der vielen und weitschichtigen Motive die in dem neuen Kapitel verglichen mit dem ihm entsprechenden Flaneur Kapitel vom vorigen Sommer fortgeblieben sind Diese Motive sind natürlich nicht aus dem Gesamtkomplex des Baudelaire zu eliminieren es sind Ihnen vielmehr an ihrem Ort eingehende interpretative Entwicklungen zugedacht Die Motive der Passage des Noctambulism des Feuilletons sowie die theoretische Einführung des Begriffs der Phantasmagorie sind im ersten Abschnitt des zweiten Teils vorbehalten Das Motiv der Spur des Typs der Einfühlung in die wahren Seele sind im dritten Abschnitt zugedacht Der jetzt vorliegende mittlere Abschnitt des zweiten Teils wird erst zusammen mit dessen ersten und dritten Abschnitt die vollständige Figur des Flaneurs stellen Über die Aussicht den Text im nächsten Heft zu finden bin ich sehr froh Ich schrieb Max wie sehr ich mich bemüht habe alles Fragmentarische von dem Aufsatz fernzuhalten und dabei die vorgesehenen Grenzen des Umfangs strikt einzuhalten Ich wäre glücklich wenn ihm keine einschneidenden Veränderungen Portudier Streichungen zugedacht werden würden Ich lasse meinen christlichen Baudelaire von lauter jüdischen Engeln in den Himmel heben Es sind aber die Anstalten schon getroffen dass sie ihn im letzten Drittel der Himmelfahrt kurz vor dem Eingang in die Glorie wie von ungefähr fallen lassen Schöne Ferien und eine angenehme Heimkunft Ihnen und Felicitas wünscht Ihr Walter Als Ausländer wurde Benjamin mit vielen anderen darunter auch Arthur Köstler ins Stade de Coulomb gebracht wo er zehn Tage geblieben zu sein scheint und dann wurden sie in einem Bus nach Nivea gefahren und dort in einem alten verkommenen Schloss untergebracht Diese Internierung dauerte von Mitte September ungefähr bis zum letzten Drittel November die Entscheidung der zuständigen Kommission Benjamin nicht als feindlichen Ausländer weiter zu internieren datiert vom 16. November Benjamin trug bei sich Empfehlungen von Paul Valery und Jules Romain die ursprünglich dazu dienen sollten seine Naturalisierung zu unterstützen Benjamin hat noch versucht seit 1938 die französische Staatsbürgerschaft zu erwerben dazu kam es nicht mehr aber diese Zeugnisse werden bei der Befreiung aus dem Lager auch eine Rolle gespielt haben New York 21. November 1939 I am very happy that you are at home again happier than I could tell you and my enthusiasm about the board layer increases steadily I made the German abstract and the English translation please check the French translation of this resume which does not yet satisfy me Hans Saal ein deutscher Schriftsteller der mit Benjamin in diesem Lager ankam beschreibt die Ankunft und die Räumlichkeiten so der Zug hielt wir stiegen aus und begannen einen Marsch der etwa eineinhalb Stunden dauern sollte Benjamin fiel das Gehen besonders schwer er hatte inzwischen einen Jünger gefunden einen jungen Mann der ihn verehrte und ihm seinen Koffer auf dem Marsch abnahm gegen Abend kamen wir bei einem völlig ausgeräumten Schloss an in dem es nichts aber auch nichts gab keine Möbelstücke keine Tische keine Stühle nicht einmal einen Nagel an dem man seine Sachen aufhängen konnte wir warfen uns erschöpft auf das nackte gebohnerte Parkett einige Tage später die nächste Zeit verbrachten wir damit eine Latrine auszulegen und Wasch- und Duschmöglichkeiten für die 600 Insassen des Lagers zu schaffen ein Mann der gern gut aß aber hier wenig Möglichkeiten haben sollte seinen Neigungen nachzugehen wurde zum Koch ernannt man versuchte sich in dem Chaos abgerungenen eben auch bildenden Lagerwelt zurecht zu finden die eine Art Zerrbild der wirklichen Gesellschaft war und doch denselben Gesetzen wie jene unterworfen zu sein schien denn sofort gab es eine Auslese der Tüchtigen sowie den Drang zur Organisation zur Ordnung und zur Einordnung wobei es im Wesentlichen darum ging für die wichtigsten Funktionen die richtigen Männer zu finden Da Geld als Zahlungsmittel nicht in Frage kam wurde eine Währung gefunden die jeweils nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage bestimmt wurde Benjamin hielt philosophische Vorträge im Freien und verlangte drei Goloas pro Stunde oder einen Nagel oder einen Bleistift Sein Jünger der ihn nicht mehr aus den Augen ließ hatte ihn unter einer Wendeltreppe durch Vorhängen eines Kartoffelsacks einen Schlupfwinkel eingerichtet in dem Benjamin sich zurückzog wenn er nachdenken wollte dort fand auch unsere erste Redaktionssitzung statt Benjamin hatte nämlich vor dem Kommandanten eine Lagerzeitung in französischer und deutscher Sprache vorzuschlagen aus der die Welt erfahren sollte wer die Leute waren die man hier eingesperrt hatte in Wirklichkeit ging es ihm um etwas anderes New York 29. Februar 1940 Mein lieber Walter dass ich ihn heute erst nach so langem Schweigen schreibe ist einfach erklärt Ich habe eine schlechterdings unüberwindliche Hemmung gefühlt sie in fremder Sprache anzureden So viel Unrecht das auch dem empirischen Charakter antut so tut es doch dafür dem Intelligiblen einige Gerechtigkeit an und ich hoffe zuversichtlich auf Ihre Absolution Es ist meine größte Hoffnung diese Absolution von Ihnen in New York zu erwirken Das Avi David von Misrasowski ist ein erhebliches Aktivum und selbstverständlich ist Max völlig damit einverstanden wenn Sie auf Ihre Tätigkeit beim Institut vor 1933 hinweisen die jetzige geht geht ja ohne dies aus allen Dokumenten hervor halten Sie uns bitte in der Sache dauernd auf dem Laufenden ich möchte Ihnen auch raten auf jeden Fall in der Angelegenheit schon jetzt an Maya Shapiro zu schreiben und zwar besonders im Hinblick darauf dass er Ihnen hier irgendwelche Kurse oder ähnliches verschafft um Ihre ökonomische Situation zu verbessern ich glaube dass wenn das gelingt es die gesamte Entwicklung nur aufs günstigste beeinflussen kann ohne dass solche Kurse mehr als einen ganz geringen Bruchteil ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen brauchten mit welchem Enthusiasmus ich Ihren Baudelaire gelesen habe wissen Sie und keine der telegraphischen und sonst abgekürzten Formeln die darüber in ihre Hand gekommen sind ist im leisesten übertrieben das gilt für Max ebenso wohl wie für mich ich glaube es ist kaum eine Übertreibung diese Arbeit als das Vollkommenste zu bezeichnen was sie seit dem Barockbuch und dem Kraus publiziert haben wenn ich manchmal ein schlechtes Gewissen hatte ob meiner nörgelnden Insistenz dann hat sich dies schlechte Gewissen in Eitel Stolz verwandelt und daran sind sie selber schuld so dialektisch ist es nun einmal um unsere Produktion bestellt es ist schwer irgendein besonderes hervorzuheben so gleich nah ist in dieser Arbeit jedes ihre Momente zum Mittelpunkt und so geglückt ist die Konstruktion sie werden aber erraten haben dass das achte und neunte Kapitel meine besonderen Lieblinge sind die Theorie des Spielers wenn sie die Metapher erlauben ist die erste reife Frucht vom totem Baum der Passagen welche Truvai das Stück über die Aureole darstellt muss ich ihnen nicht erst erzählen lassen sie mich nur noch ganz weniges festhalten die Theorie von Vergessen und Schock berührt sich aufs engste mit einigen meiner musikalischen Dinge insbesondere was die Perzeption der Schlager anlangt ein Zusammenhang der ihnen sicher nicht gegenwärtig war und der mich als Bestätigung umso mehr freut ich denke etwa an die Stelle über Vergessen Erinnern und Reklame im Fetisch Aufsatz ähnlicher ging es mir mit der Kontrastierung des Reflektorischen zur Erfahrung ich kann wohl sagen dass alle meine Erwägungen zur materialistischen Anthropologie seit ich in Amerika bin um den Begriff des reflektorischen Charakters zentriert sind und unsere Intentionen berühren sich hier wiederum aufs innigste man könnte ihren Baudelaire wohl als die Urgeschichte des reflektorischen Charakters bezeichnen ich hatte das Gefühl dass ihnen seinerzeit die Fetischismus Arbeit der einzige meiner deutschen Texte der etwas von diesen Dingen festhält nicht allzu sehr gefiel sei es weil das Missverständnis des Kulturrettenden näher gelegt wird als gut ist sei es und das hängt damit aufs engste zusammen weil er als Konstruktion nicht ganz gelungen ist würden sie mir aber die Liebe erweisen den Aufsatz unter diesem Aspekt noch einmal anzusehen und würde er vor ihren Augen in die Fragmente zerfallen in die er zerfallen muss dann könnten sie sich vielleicht mit einigen seiner Aspekte aussöhnen verzeihen sie diese egoistische Wendung meiner Reaktion auf den Baudelaire aber sie ist nicht reflektorisch und es ist wohl geradezu eine Bürgschaft für die objektive Wahrheit eines solchen Textes wenn er bei jedem Leser dessen eigentümlichste Anliegen zu betreffen scheint meine Eltern sind unterdessen eingewandert und bleiben den Winter in Florida darf ich mit einer Bitte schließen sie schreiben dass Soma Morgenstern bald hierher käme und sehen ihn wohl zu weilen er hat nun in früheren Jahren sich Gretel gegenüber sehr wenig freundlich verhalten aus Motiven die für ihn keine Ehre sind und noch weniger für seine Frau von der ich übrigens nicht weiß ob sie noch mit ihm zusammen ist nach einer Andeutung von Ernst Bloch scheint er auch über mich törichte und unfreundliche Dinge zu erzählen in einem freilich so komischen Zusammenhang Soma soll behauptet haben meine Theorien über Kafka stünden auf seinen Schultern während ich bis heute niemals ein Wort über Kafka publiziert habe dass ich darauf keinerlei Gewicht legen möchte zumal man ernst nach gerade als eine trübe und universal gehässige Quelle betrachten muss was aber Gretel anlangt so sind die Dinge von einer solchen Art dass mir eine Begegnung mit Soma wenig angenehm wäre wenn ich nicht sicher damit rechnen könnte dass es sich Gretel gegenüber von Grund aus anders verhält sie könnten nun dazu sehr leicht behilflich sein indem sie einmal gelegentlich Soma der Gretel gegenüber den gerade in diesem Fall besonders unangebrachten Orgueu de Tutgöserie zur Schau stellte einmal einige Aufklärungen über Gretel erteilen wollten ohne im Übrigen auf die vergangenen Konflikte irgend anzuspielen ich glaube das käme allen Beteiligten zugute Soma hat im Übrigen viele Qualitäten die ihn empfehlen leider aber einen unseligen Hang zur Mediokratät auch sich selber gegenüber ich wüsste gern wie sie ihn heute auch schriftstellerisch beurteilen seinen Roman hat er mir nie zugänglich gemacht ich habe aber von Guten nur Schlechtes und von Schlechten nur Gutes darüber gehört die Differenzen dürften doch wohl in tiefere Schichten reichen als die bloßer Gereiztheit zwischen Schreibenden jedenfalls wäre ich ihnen für ihre Äußerung zum Fall Soma von Herzen dankbar lassen sie mich schließen mit dem Wunsch es möchten ihre englischen Stunden in jedem Fall sich als tremendous success bewähren immer und ganz ihr Teddy Paris 15. Arrondissement den 7. 5. 40. Rue d'Ambal Mein lieber Teddy für ihren Brief vom 29. Februar dank leider müssen wir uns zurzeit mit Fristen wie sie zwischen der Abfassung ihrer Zeilen und dem Eingang meiner Antwort liegen vertraut machen hinzu kommt dass dieser Brief wie sie ihn leicht ansehen ebenso wenig wie Rom an einem Tag ist gebaut worden natürlich war und bin ich sehr glücklich über ihre Stellung zu meinem Baudelaire sie wissen vielleicht dass das Telegramm das sie mit Felicitas und Max gemeinsam an mich gesandt hatten mir erst im Lager zukam und welche Bedeutung es dort monatelang in meinem psychischen Haushalt gehabt hat ermessen sie sie fragen nach meinen englischen Stunden als ich von Felicitas die Adresse einer Lehrerin bekam hatte ich meinen Unterricht schon bei einer anderen begonnen es ist zu fürchten dass meine Fortschritte die nicht stürmisch sind der gesprächsweisen Verwendung meiner Kenntnisse weit vorauseilen dass das Affidavid von Miss Razovsky ein erhebliches Aktivum sei wie sie sagen war auch meine Meinung ich habe sie leider ändern müssen alle Informationen die ich über die derzeitige Praxis des amerikanischen Konsulats das seinerseits noch nichts von sich hören ließ bekommen habe stimmen darin überein dass die Abwicklung der normalen Fälle sehr langsam vonstatten geht nun ist aber mein Fall ohne mein Zutun leider zu einem normalen geworden und dies durch die Übersendung des Affidavids andernfalls wäre es mir möglich geworden ein Besuchsvisum einzureichen wie es dem Schriftsteller Hermann Kästen zum Beispiel vor kurzem bewilligt wurde er wird in absehbarer Zeit in New York auftauchen und Max aufsuchen Kästen ist auch mit Soma Morgenstern bekannt es trifft sich unglücklich dass vielen Wochen nicht mehr gesehen habe das was sie als einen Hang zur Mediokrität auch sich selbst gegenüber bezeichnen scheint ihm den Umgang mit mir so erschwert zu haben dass er sich nur bei großer Initiative von meiner Seite hätte aufrechterhalten lassen an der fehlt es mir um auf die Frage des Visums zurückzukommen so wird zur Bedingung für die Erteilung eines Non Quota Visums und das ist das einzige das mir die Möglichkeit eröffnen würde in kurzer Zeit herüber zu kommen abgesehen von der Berufung der Nachweis öffentlicher Lehrtätigkeit gemacht Neuerdings wird hier in dieser letzten Bestimmung gerade der Passus besonders streng genommen der den Nachweis dieser Lehrtätigkeit für die letzten beiden Jahre vor Erteilung des Visums vorschreibt Das macht mich sehr zögernd jetzt schon an Shapiro zu schreiben Ich möchte mich an ihn nicht früher wenden als bis ich die Gewissheit habe sein Interesse für mich voll auswerten zu können Das kann erst der Fall sei es dass die Bestimmungen die für die Erteilung eines Non-Quota Visums maßgebend sind wieder minder rigoros gehandhabt werden So wie es im Augenblick liegt fürchte ich dass sie selbst die Berufung vorausgesetzt eher gegen mich spielen würden Aber natürlich würde ich ohne Bedenken an Shapiro schreiben wenn sie meinen dass er etwas für meine Berufung tun könnte Darf ich sie mit einer administrativen oder mehr als administrativen Frage behelligen warum erweist sich die Zeitschrift mehreren meiner Besprechungen gegenüber so spröde ich denke in erster Linie an die von Sternberger auch an die von Hönigswald von denen beide ich bisher keine Fahnen erhalten habe Ihr Brief ist mir ohne besondere Verzögerung zugekommen Ich denke sie können mir Deutsch und sollten mir also öfter schreiben Von meiner Seite werden Briefe in deutscher Sprache freilich die Ausnahme bilden müssen sehr herzlich immer Ihr Walter Benjamin Benjamin nahm nach seiner Freilassung aus dem Lager in Paris sein altes Leben wieder auf mit der Einschränkung dass ihm das Gehen Beschwerden machte mehr als jetzt zuvor Benjamin der seit seiner Kindheit herzkrank war litt nun unter sehr starken Herzbeschwerden sodass er auf der Straße gelegentlich sogar nach 100 Schritten stehen bleiben musste um wieder zu Kräften zu kommen noch dazu im Schrengen Winter war das Leben draußen für Benjamin sehr anstrengend im Juni 1940 floh Benjamin in den Süden Frankreichs wo er zunächst in Lord Station machte Lord ganz in der Nähe des berüchtigten Lagers Gurs in dem seine Schwester interniert gewesen war Lord war auch die Station von der Aus Benjamin nun versuchte mit Hilfe des Instituts Frankreich zu verlassen wurde schließlich ein Besuchervisum für Benjamin angefordert das mit dem dazugehörigen Affedewitt von Horkheimer unterzeichnet Benjamin in Marseille erhalten sollte T.W. Adorno 429 West 117th Street New York City Air Mail July 15 1940 My dear Walter Today is your birthday and I want to convey you our most cordial congratulations We do everything possible to hurry your immigration into this country You will possibly get a notice directly from the consulate in Marseille I am not certain which kind of visa the American consulate may offer you since there is the choice between the following three possibilities a quota visa because you registered for it a non quota visa because you have been a member of our institute for many years or even a visitor's visa We advise you to accept whichever visa will I am going to stay here for the summer mainly in order to be able to attend to your interests Gretel is staying too she is very worried and in a very bad state of health but sends you her love and all her best wishes for your birthday Max has asked me before leaving once again to assure you of his friendship and unchanging solidarity I am happy about every word I get from you but of course I understand very well that you are not in the mood for long letters post scriptum it would be very important for us to have your curriculum vitae with a list of your publications will you therefore please let us have both as quickly as possible yours ever teddy lourdes 2.8.1940 mein lieber teddy über ihren brief vom 15. juli habe ich mich aus mehreren gründen sehr gefreut einmal war es ihr freundliches gedenken des tags dann das verständnis das aus ihren zeilen hervor ging nein es ist mir wirklich nicht leicht einen brief zu schreiben ich sprach zu felicitas von der völligen ungewissheit in der ich mich über meine schriften befinde für die den passagen gewidmeten papiere ist relativ etwas weniger zu fürchten als für die anderen es steht aber wie sie wissen so dass ich meinen schriften gegenüber nichts voraus habe von einem Tag auf den anderen können die Maßnahmen die im September über mich hereinbrachen sich wiederholen nun aber mit ganz anderem Vorzeichen ich habe in den letzten Monaten eine Anzahl von Existenzen von dem bürgerlichen Dasein nicht etwa absinken sondern von einem Tag auf den anderen abstürzen sehen so dass jede Sicherung mir neben dem problematischen Äußern einen minder problematischen Innanhalt gibt die völlige Ungewissheit über das was der nächste Tag was die nächste Stunde bringt beherrscht seit vielen Wochen meine Existenz ich bin verurteilt jede Zeitung sie erscheinen hier nur noch auf einem Blatt wie eine an mich ergangene Zustellung zu lesen und aus jeder Radiosendung die Stimme des Unglücks boten heraus zu hören mein Bestreben Marseille zu erreichen um dort beim Konsulat meine Sache zu plädieren warum sonst für den Ausländer ist seit längerem keine Ortsveränderung zu erwirken so bleibe ich auf das angewiesen was ihr von außen bewirken könnt mich hat besonders zur Hoffnung bewegt dass sie mir eine Nachricht von Konsulat in Marseille in Aussicht stellen ein Brief dieses Konsulats würde mir vermutlich die Erlaubnis eintragen mich nach Marseille zu begeben in der Tat Gebiet in Verbindung zu treten ein Brief den ich noch vor der Okkupation von hier aus nach Bordeaux gerichtet hatte ist freundlich aber auf gegenstandslose Weise beantwortet worden die fraglichen Akten lagen noch in Paris ich bin fest davon überzeugt dass sie das unternehmbare oder wie Felicitas sagt mehr als das mögliche versuchen meine Befürchtung ist die uns zur Verfügung stehende Zeit könnte weit begrenzter sein als wir annahmen und obwohl ich vor 14 tagen an eine solche möglichkeit nicht gedacht habe haben neue auskünfte mich bestimmt madame verwest zu bitten durch intervention von carl burkhard wenn irgend möglich einen interimistischen aufenthalt in der schweiz mir bewilligen zu lassen ich weiß dass von hause aus vieles gegen diesen ausweg spricht aber es spricht ein mächtiges argument dafür die Zeit wäre dieser ausweg nur zu realisieren ich habe mich in einem briefe an burkhard gewandt ich hoffe dass ich ihnen bisher den eindruck gegeben habe auch in schwierigen augenblicken gefasst zu bleiben glauben sie nicht dass sich das geändert hat aber ich kann mich dem gefährlichen charakter der lage nicht verschließen ich fürchte die die sich aus ihr haben retten können werden eines tages zu zählen sein sie erhalten via genf wie ich wohl auch diese zeilen dirigieren werde mein curriculum vitae die bibliographie habe ich in den lebenslauf eingearbeitet weil mir hier alle handhaben fehlen sie als solche ausführlicher zu gestalten es ist mir eine große beruhigung dass sie in new york sozusagen erreichbar und im eigentlichsten sinne wachsam bleiben seien sie im übrigen sicher dass ich den anteil den frau favess an meiner sache nimmt und ihre zuverlässigkeit von neuem aufs höchste zu schätzen gelernt habe mich betrübt dass die verfassung von felicitas so unbeständig bleibt und dass ihr diesmal nicht einmal die entspannung eines ferienaufenthaltes zugute kommen wird sagen sie ihr meine sehr herzlichen wünsche und nehmen sie alles liebe benjamin war kurz nach dem 15 august 1940 in marseille eingetroffen wo das affidavit des max haukhammer ausgestellt hatte auf ihn wartete neben dem affidavit wartete auf ihn das besucher visum für die usa das transit visum für spanien und das transit visum für portugal von marseille aus ist benjamin dann mit henny golland ihren sohn richtung spanische grenze gefahren wurden in portverde von lisa fitko die den weg nach spanien kannte auf diesen weg nach porbu geführt die kleine reisegruppe um benjamin erreichte sicher die spanische grenze aber dort endete auch die sicherheit weil neben dem transit visum für spanien und portugal auch ein ausreise visum aus frankreich notwendig gewesen wäre über das benjamin henny golland und der sohn nicht verfügten angesichts der drohenden zurückstellung nach frankreich und damit in die nähe der deutschen truppen und der gestapo hat benjamin am 25. september morphium tabletten genommen benjamin ist am folgenden tag am 26. september an den folgen dieser morphium tabletten gestorben seine letzte nachricht geht an henny golland und sie enthält einen absatz der für adorno bestimmt war henny golland hat ihre handschriftliche notiz adorno später übermittelt porbou 25. 9. 1940 dans une situation sans issue je n'ai d'autre choix que d'en finir c'est dans un petit village dans le pyrinée où personne ne me connaît ma vie va s' achever je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'ai voulu écrire par par c'est do pas de Untertitelung des ZDF, 2020